... andere Religionen auch, aber das hilft ja dem Muslim nicht, verstehst du? Der Muslim muss begreifen, dass der Islam keine normale Religion ist, wie Buddhismus, Hinduismus oder andere. Richtig, es ist keine spirituelle Religion wie alle anderen Weltreligionen, ja? Das ist es halt. Okay, mein Lieber, hat mich gefreut. Du bist ein kluger Kerl, auf jeden Fall. Ich werde noch ein bisschen weiter bei dir drinbleiben und zuhören. Ich bin gerade am Essen. Ich hoffe, dass du Gedanken machst um deine Ewigkeit, dass du dir selber auch bewusst bist, dass du auch eines Tages in den Tod gehst und dann etwas auf dich zukommt, ja? Dass du dir ja da im ganzen Bewusstsein bist, ne? Ich werde früher oder später sowieso auswandern weg aus Deutschland und ich bin Deutscher. Ich meine, aber wenn du irgendwann mal stirbst, du wirst ja sterben, der Tod ist ja sicher. Ja, definitiv, ja. Deswegen sage ich dir, mach dir Gedanken um deine Ewigkeit. Versuch wenigstens hier auf Erden herauszufinden, was mit deiner Seele passiert. Und ich sage dir, lies die Evangelie, um deinen Retter Jesus Christus kennenzulernen. Das ist mein Tipp. Auch wenn du das gerade so ein bisschen für komisch empfindest, aber glaub mir, sobald du anfängst, die Evangelien zu lesen, wirst du merken, wie sehr der Herr Jesus Christus in dir wirkt, wenn du die Worte aufnimmst, die der jetzt spricht. Amen. Okay. Ich nehme mir das zu Herzen, mein Lieber. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Ciao. Bis dann. Mal wieder, Herr Hensegen, betet für Benni, betet für ihn, dass er zum Glauben bin. Danke. Hey, Amir, Gottes Segen an dich und an alle Zuschauer. Gott segne dich, mein Mr. Gott segne dich und an Familie. Das ist ja schon ziemlich heftig, was da passiert ist. Vor allem, was mich stört ist, dass immer wieder manche Muslime meinen, dass er schuld ist, weil er provoziert hat. Wo ist denn die Wahrheit sagen, provozieren? Das verstehe ich nicht. Die Muslime kehren dieses Opfer-Täter-Ding immer um, sodass sie sich wieder in die Opferrolle stellen und Michael Stürzenberg eigentlich der Täter ist. Auch dieser Politiker, der da diese Sachen geäußert hat und ihn mit dem afghanischen, mit diesem Attentäter da in Verbindung, also was heißt die Verbindung, beide Extremisten, dass der eine mit dem, mit dem Ding, so war ich schon, in einen Menschen reinhaut und das Leben von dem nehmen will und dann ein Stürzenwege auf offener Straße über den politischen Islam wahn. Das setzt dieser Politiker dann gleich. Das ist für mich unvorstellbar. Ich überlege, ich reflektiere so ein bisschen mein Leben, als ich noch in der Schule war. Also ich komme aus dem alevitischen Haus, aber ich habe es vom Herrn gefunden, bin wiedergeboren im Herzen und im Geiste. Wunderbar. Jesus ist meine große Liebe, die einzige Hoffnung, die wir haben auf dieser Welt. Aber ich habe keine Ahnung gehabt von dieser Religion. Und dann kommen Muslime und meinen halt Islam und die sagen, Islam ist Frieden damals. Das waren die 90ern. Islam ist Frieden. Und dann plappert man das nach, weil man denkt, ja okay. Aber je älter ich wurde und je mehr ich in der Welt reingucke eigentlich, umso mehr erkenne ich eigentlich, wo steht dann das F im Islam für Frieden. Du hast es erklärt, was das heißt. Kannst du nochmal sagen, was Islam heißt eigentlich? Islam bedeutet Unterwerfung. Du hast dich Allah zu unterwerfen. Das kommt ja von dem Wort, beziehungsweise von diesem Satz Aslam Taslam. Und wenn ich da mal ein bisschen sicher bin. Du hast dich also dem Islam zu beugen. Und wenn nicht, dann musst du halt die Konsequenzen dann spüren, wenn du Mohammed ablehnst. Ja, ich verstehe viele Sachen mittlerweile nicht beim Islam. Zum Beispiel, du siehst den Herrn Vater im Himmel, der so streng ist bei Sünden. Eine Frau, ein Mann. Der ja ganze Länder zerstört, wenn die Sündigen. Und dann kommt ein Prophet aus Arabien. Alle Propheten waren Juden übrigens. Wenn du dir mal anguckst, das alte Testament. Dann kommt einer aus Arabien und sagt, man darf vier Frauen haben. Und das ist keine Sünde. Und also die Leute gucken nicht richtig. Und vor allem bei den Muslimen denke ich auch vieles ist halt, du bist in eine muslimische Familie reingeboren. Diese sozialen, soziale Abschreckungen, wenn du deine Familie verlierst, weil du austrittst. Die Kontakte, viele haben auch ihre Ehen dazu. Also sie haben ihre Frauen teilweise gefunden, halt durch den Islam. Weil die verkuppeln sich gegenseitig, haben Kinder. Wie willst du da rausgehen? Das ist so ein sozialer Ruppendruck, der herrscht. Und du bist dann in Deutschland, sage ich mal, als Ausländer. Und dann hast du auch die als Anlaufstelle. Du musst das, also ich gucke, das versuche das aus einer menschlichen Perspektive zu verstehen. Ich weiß aber natürlich, dass am Ende da keine Erlösung ist, wenn du auf weltliche Dinge dich konzentrierst. Natürlich, wir sollen uns nicht auf welche Dinge konzentriert oder uns verlassen auf Menschen. Dann sind wir ja verloren. Wir müssen uns ganz auf Gott verlassen. Richtig. Wir müssen unser Vertrauen und unsere Seele, unser Leben auf Gott setzen, nicht auf Menschen. Der Menschen enttäuscht uns immer. Amen. Das ist übrigens eine Problematik, die auch viele Brüder haben. Denn du kennst das Gleichnis mit dem Seemann, oder? Matthäus 13. Ja. Der sagt dir im Prinzip auch, also es gibt ja auch Brüder, die wirklich wissen und sich freuen über die Frohe Botschaft. Aber ihre Samen sind auf felsigem Boden. Da kann nichts wachsen, weil sie in der Weltzeit verfangen sind oder im Reichtum. Also das ist schon eine krasse Sünde. Also ich tue es manchmal auch ein Verschwerden. Wir haben Angst und möchten dann oder verleugnen den Glauben oder wie auch immer. Das ist echt sehr, sehr ärgerlich. Bitte. Also wenn du dir die anguckst, zum Beispiel Johannes der Täufer, der ja in der Wüste gelebt hat, der nur Heuschrecken und Honig gegessen hat, der nichts hatte. Also ich gehe jetzt natürlich von Menschen jetzt aus. Mit Jesus ist ja klar, der ist unser Nummer eins, der hat alles vorgezeigt. Und dann würde ich sagen, kommt Johannes, hat der Jesus auch selbst gesagt. Der hatte ja kein Reichtum. Und wenn ich mal angucke, wie viele Geschwister Reichtum anhäufen und wir aber Geschwister im Ausland haben, die gar nichts haben, die alles verloren haben. Eigentlich schon herzendet. Es gibt viele, die helfen, machen, tun. Aber ich verurteile es nicht. Ich sage nur, man kann mehr tun, wenn du verstehst. Dann immer mehr zu. Wir sind aber nicht aus unseren Bergen gerettet. Wir sind aber rein aus unseren Glauben gerettet. Definitiv, hast du recht. Also Westgerechtigkeit glaube ich auch nicht. Am Ende rettet uns nur Jesus und der Glaube an ihn, die Gnade, die wir haben. Dann noch ein Punkt vielleicht, weil ich sehe auch viele Brüder, die jetzt sauer sind auf den Muslim, der das gemacht hat. Aber ich möchte auch darum bitten, die Römerbriefe sich anzugucken. Also Römerbrief 12, die Rache ist Gott. Ja, natürlich. Wir sind, wir sollen kein Richter spielen. Römer 9 müsste es sein, ne? Ja, Römer 12 glaube ich ist das. Also da, ne, das, äh, ich will vergelten, ne, sagt der Herr, ne, und, ähm. Ihr solltet euch nicht selbst rechnen, Geliebte, sondern gibt Raum den Zorn Gottes. Ja, und das ist auch eine Sache, die Muslimen nicht verstehen. Wenn wir einstecken, uns erniedrigen, wir kriegen dafür unermesslichen Lohn im Himmel. Und zweiten spielen wir nicht Richter. Gott ist der perfekte Richter. Der weiß ganz genau, wie es zu vergelten ist. Ich als Mensch, wenn ich Richter spiele, ich kann niemals so perfekt richten wie Gott. Also lasse ich die Vergeltung Gott. Der ist auch sein Zorn, seine Rache und der kann besser richten. Und seine Strafe wird umso größer sein. Wenn ich ihn jetzt bestrafe, den Täter, dann wird seine Strafe von Gott weniger sein, weil der natürlich das abzieht. Also lasse ich Gott lieber strafen. Ich büße dafür, vielleicht, ich erleide den Schmerz, kriege aber den Lohn im Himmel dafür. Der Mehrwert ist als jede Rachegefühl, das ich bekommen kann. Wir müssen Mitleid mit diesem Täter haben. Der ist, so wie er aussieht, ist er verloren. Ja, wir haben auch den Gebeteten. Also mach weiter so an. Liebt eure Feinde, sagt der Herr. Liebt eure Feinde, betet für die dirischen Folgen. Ich möchte auch nicht so viel Zeit dir wegnehmen. Also wenn du willst, kannst du mich ab und zu gerne einladen. Du bist ein... Ich bin dir dankbar, also nenn mich Engin, mein Name ist Engin. Ich bin dir sehr dankbar, dass du so viel tust, dass du dein Leben riskierst. Und du bist auch in unserer Tradition der Apostel. Guck mal, fast alle Apostel. Ich glaube, nur Johannes ist der Einzige, der alt worden durfte. Die sind alle, die wurden alle weltlich zerstört. Aber ihr Geist lebt ewig, weil die bei unserem Herren sind. Vergiss das nicht. Egal wie schwer es ist, vergiss nicht. Das ist nur eine kurze Zeit. Am Ende werden wir alle geheilt werden, wenn wir an Jesus glauben. Wir werden alle gerettet. Und auf ewig. Mit dem Worten, Gottes Segen, mein Freund, an dich, alle Zuschauer, auch an die Muslime. Wir lieben euch. Der Armee macht das nicht aus Hass. Oder euch zu provozieren. Der will euch retten. Ihr seid nur kurze Zeit auf dieser Welt. Ihr werdet Milliarden Jahre brennen. Warum? Ohne Ende. Es gibt kein Ende. Genau. Das kann man gar nicht vorstellen. Und der macht das aus Liebe. Wer macht das bitte von den Muslimen? Wer ist bereit, sowas zu tun? Insofern, danke dir, Amir. Ich höre gerne jetzt weiter zu. Gottes Segen. Ciao. Gott, ich will. Ja, ich will. Amir-Christen müssen sich auch wehren dürfen. Ja, du kannst dich ja wehren, aber der Herr Jesus Christus sagt etwas anderes. Du kannst natürlich etwas anderes praktizieren, als das, was der Herr Jesus Christus gesagt hat. Weder der Herr Jesus Christus hat sich gewehrt, noch die Apostel haben sich gewehrt. Wenn du es machst, machst du es ja natürlich aus deinem Fleisch heraus. Aber du kannst es nicht aus der Bibel herableiten. Herableiten. Hey. Jetzt langsam wird er lauter und lauter. Was ist denn mit Omarat hier passiert? Der hat auch keine Leitung. Der Prinz auf Persia. Asis ist wieder da. Wo ist Asis? Asis, bist du da, meine marokkanische Freund? Asis, wir kennen dich. Ali. Cheat. Hallo. Hallo. Du bist Schia, ne? Ja. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Nichts. Ich wollte einfach nur Hallo sagen. Ich mag dich. Ich mag dich auch. Viel Spaß noch. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Dir auch. Ciao. Wie nett, ne? Ich wollte dir einfach nur mal Hallo sagen. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich. Danke. Ich mag dich. Ich mag dich auch. Wenn alle Gespräche doch so werden. Ich wünschte, alle Gespräche werden so. Sehr nett. Dankeschön. Ich mag dich auch. Ich mag dich auch. Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Komm. Hast du Hunger? Ich hab auch Hunger. Ja, das ist versessen. Toll. Komm. Letztes Mal auch. Da kommen so Muslime, habe ich euch erzählt. Da kam ich vom Friseur. Da kommen so Muslime mir da entgegen. Aber wir halten die so vor mir. Zwei Muslime waren das, ne? Und dann sagt der Ex-Muslime, wenn ich so da hingegangen bin, ging ich so in sein Fenster so ganz auf locker. Heftig. Bin ich da mit denen so am reden, als wären das so meine Kollegen. Na, wie geht's euch? Was macht der so? Und ich kenn die nicht mal. Das ist heftig. Das kam mir so vor wie damals, als man so irgendwas in so Autos reinwirft. Hier, ey, ist da irgendjemand hier? Ich nehm schnell. Da sagt der, da sagt der eine, ja, du provozierst aber ganz schön heftig, ne? Dann sagt der, meine ich so, ja, das gehört aber ein bisschen dazu, dass die Muslime auch mal ein bisschen aufwachen und so, ne? Dann sagt er, muss er auf dich aufpassen und so. Muss er auf dich aufpassen. Immer aufpassen. Komm sofort. Willkommen in der guten Uni von Dr. Cheikh Abouamir. Habt ihr den Schnarchen gehört, oder was? Hallo? Hallo. Hallo. Ja, was kann ich für dich tun? Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Bitte melden. Hallo, hallo. Bitte sagen was. Nicht sagen, du hast aus Versehen gemacht. Okay. Vielleicht will Prinz auf Persia jetzt reden. Der Persische Prinz. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, amir. Wie ist denn dein Hintergrund? Hörst du mich? Dein Hintergrund ist sehr leise, mach noch lauter hinten im Hintergrund. Warte ganz kurz. Wo bist du? Auf Hochzeit oder was? Jetzt besser? Ja, besser geworden. Gottes Segen, Bruder. Gott segne dich und deine Familie. Wo bist du? In Hochzeit oder was? Nein, nein, ich bin im Center, deswegen ist das so laut hier. Ach so, in Oberhausen. Ja, ich bin nur aufgekommen, eigentlich. Ich wollte nur sagen, dass ich auf jeden Fall sehr gut finde, was zu machen und ich beobachte dich schon länger mittlerweile. Und ja, es ist auch nicht so leicht, sich hierher zu stellen, sein Gesicht zu zeigen und mit denen zu diskutieren. Ja, da muss ich schon ein wenig. Ich kann mich schon vorstellen, dass du viele Nachrichten kriegst von Idioten, sage ich mal. Nein, ob du es mir glaubst oder nicht. Diese Nachrichten sind zurückgegangen, vielen Dank. Okay. Es gibt natürlich auch mal so Nachrichten, aber jetzt nicht so übertrieben wie damals. Die meisten haben auch gar keinen Bock, sich sowas zu geben. Die denken so, wenn die bei mir irgendwas sagen oder bei mir schreiben, dann hat man sofort ihre IP-Adresse und so. Da kam jemand, wir wissen noch einmal, da war ich auf einmal hier am Fahren, auf einmal bin ich zum Tunnel reingekommen und dann war ich auf einmal freeze. Und dann war ein Muslim bei mir drin, der ultra-brutal drauf war, sagt der, when I find you, I will Nackentherapie und sowas auf Englisch sagt er das. Und dann übelst. Die Leute haben das dann aufgenommen und dann haben die mir gezeigt, wer das war, mit Link und sowas. Dann habe ich den angeschrieben, habe ich gesagt, du wirst dich heute entschuldigen oder ich werde dich finden. Der hat mit mir die ganze Zeit rumdiskutiert, macht er eine Kamera, zeigt ihm, wo dein Wohnort ist. Ich werde dahin noch sagen, auf einmal am Ende dieses Gespräch sagt er, ja, aber hör doch auf, über den Islam zu reden. Auf einmal wurde der ganz wie so eine Katze, so, wie so ein kleines Kätzchen. Ja, ja, das ist meistens so eine große Klappe im Internet, aber wenn man vor dem steht, dann sind die leise. Ja, ich nehme gar keinen von denen hier ernst. Natürlich gibt es einige da drunter, die so behämmert sind, aber so die breite Masse erkennst du ja. Die können auch nur drohen, die können ja auch nur drohen, das ist das Problem. Ja. Das ist das Problem jetzt gerade, wo viel passiert jetzt mit Stürzenberger und allgemein so diese ganzen, ja, das ist schon eine Bedrohung geworden, schon eigentlich, also das ist unglaublich. Natürlich, das ist doch noch gar nicht. Man kann nicht in Ruhe rausgehen, ohne Angst zu haben, das ist schlimm geworden. Mich würde nicht wundern, wenn ich vielleicht der Nächste bin, das ist ja heftig. Die Muslime wünschen sich das von ganzem. Gott bewahre. Gott bewahre, ja, aber... Gott bewahre, Gott bewahre uns. Aber, aber das ist doch so, auch, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ist das nicht in der Bibel, das steht nicht drin, dass die Christen verfolgt und bedrängt werden? Ja, Johannes 16. Johannes 16, ne? Äh, dass die Menschen, die uns verfolgen, meinen Gott, damit einen Dienst zu erweisen, aber in Wahrheit erweisen sie... Also wenn man nach der Bibel geht, wird es nur noch schlimmer und nicht besser. Ja, hier, der Herr Jesus Christus spricht in Johannes 16. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch nackentherapiert, meinen wird, Gott, damit einen Dienst zu erweisen. Kennst du eine Glaubensgruppe, die uns Christen hardcore verfolgt auf der Welt? Natürlich. Unsere, unsere, unseren muslimischen Vorreiter. Leute, ihr müsst euch das mal reinziehen, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Die Muslime haben in ihrer Schrift drinnen, dass man Juden und Christen, ihr wisst schon was. Und dann siehst du auf einmal, dass Jesus Christus 600 Jahre vor Mohammed gelebt hat und diese Worte zu uns gesprochen hat. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Damit sind die Juden auch gemeint. Und dann kommt, es kommt sogar die Stunde, siehst du, es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch nackentherapiert, meinen wird, Gott damit einen Dienst zu erweisen. Die Muslime, die sagen, das ist eine Tugend im Islam, Ungläubige zu nackentherapieren. Guck hier, ich beweise euch das. Es gibt ein ganzes Kapitel im Hadith von Sunan Abidawud, was heißt, in Bezug auf die Tugend, Ungläubige zu nackentherapieren. Das ist eine Tugend im Islam, Ungläubige zu nackentherapieren. Das ist krank, Mann, das ist krank. Dann fragen wir uns, warum der Islam Frieden ist, nicht Frieden ist. Wer das nicht tut, der geht ja nicht den Weg, das Islam, oder? Keine Ahnung, das ist echt heftig. Guck mal, Abou Reh, der berichtete, dass der Apostel Allah sagte, ein Ungläubiger und der, der ihn nackentherapiert hat, werden niemals in der Hölle zusammengebracht werden. Heftig, ne? Er darf niemals bestraft werden für das Nackentherapieren eines Ungläubigen in Allahs Augen. Wahnsinn, ne? Ja, das ist, also wer, wer, wer daran glaubt, dass seine Seele ist für immer verloren. Völlig. Was soll denn aus einem Muslim werden, der sich das so reinzieht und das so verinnerlicht? Ja, das ist schlimm. Und Lukas 21, 17, hier hat das Norma nochmal reingeschrieben, genau. Lukas 21, 17, und ihr werdet gehasst sein von jeder Macht und meines Namens. Sehr gut, sehr gut. Lukas 21, 17, ja. Ja, Armin, ich hoffe auf jeden Fall, dass du das weitermachen kannst, dass Gott, der Herr, dich beschützt, dass du für die christliche Sache weiter deinen Dienst tust. Und ja, ich hoffe, sowas, was Stürzenberger passiert ist, passiert dir nicht. Mehr kann man nicht sagen. Ja, man kann nur dafür beten, was der Herr da... Oh, jetzt habe ich eine Leiter. Ich war auch eigentlich eher, sage ich mal, also ich bin Christ, aber habe mich nicht so sehr auseinandergesetzt mit dem Glauben. Aber ich mache das jetzt seit Neuestem und will die Bibel lesen. Wundervoll, wundervoll. Rettet deine Passivität. Ja, und ich gucke mir deinen Stream schon länger an und auch von Flex und habe so ein bisschen Motivation bekommen von euch, muss ich sagen. Ja, wundervoll, sehr gut. Ja, ich meine, man macht sich seine Gedanken und man, also ich überlege, ich denke auch schon letzter Zeit nach über die Ewigkeit, das ist schon wichtig. Ja, natürlich, du musst deine Perspektive... Das Problem ist, wir können jederzeit sterben. So sieht es aus, sehr gut. Ja, wir sind noch jung, aber, also ich bin jung auch, aber trotzdem. Trotzdem, jeden Tag kann es dir passieren, dass du in die Einkaufspassage gehst und auf einmal ein Anschlag verübt wird. Wahnsinn, ne? Ja, ich hatte auch letztens fast einen schlimmen Hautunfall gehabt und da ging der Tod an mir vorbei. Siehst du, siehst du meinen Besten? Habe ich doch gesagt. Wo war sie bei euch, okay? Pass auf dich auf. Vielen Dank, mach's gut. Ciao, auf jeden Fall. Ja, ich habe eine Einschränkung bekommen, ihr Lieben. Ich habe Widerspruch eingeleitet, mal gucken, ob der Widerspruch genehmigt wird. Aber, so wie es scheint, wird Dr. Schech aber immer zensiert. Muslime raus, Muslime raus. Ich grüße dich, alles klar, wie geht's dir? Gott segne dich und deine Familie, Black. Black. Ich bin einfach nur schockiert. Nicht wegen der Tat. Ich schwöre dir eins, wo ich das Video gesehen habe, habe ich gedacht, das ist ein Fake. Das ist ein Fake. Weil, wie können 30 Polizisten daneben stehen und einfach nichts machen? Die waren total überrascht. Die wussten gar nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Die waren total schockiert. Also, die waren stark unter Schock. Die haben Angst gehabt, glaube ich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und man hat gesehen... Die Leute, die haben da gesehen, dass diese Polizisten, das waren Anwärter. Die haben sowas noch niemals erlebt gehabt. Man sieht das doch, wie jung die waren. Diese Frauen, diese paar Polizisten, diese armen Polizisten, haben so einen Fall noch nie erlebt gehabt, dass irgendjemand, wenn ein Messer kommt, da einfach so voll da reinballert und du stehst unter Schock. Und ich sage, was soll ich machen in dieser Situation? Da gehen ja tausend Gedanken durch deinen Schädel. Ja, das Schlimme ist, dass sogar der Polizist, der den Falschen gepackt hat, er dann eben dafür bezahlt hat, dass er dann abgestochen worden ist. Er hat ja nämlich den Falschen gepackt. Nein, der Mensch hat Stürzenberger das auch nochmal korrigiert, dass man sowas nicht verbreiten soll. Also derjenige, der auf dem Boden war, hat, ich weiß nicht, wie war das, du musst mal bitte den Stream nochmal von Michael Stürzenberger, da ist er im Krankenhaus, hat er ein Interview geführt mit irgendwem. Ja, ich habe das gesehen. Ja, genau. Da geht er nochmal auf diese Szene ein, da sagt er, die Leute sollen das nicht so verbreiten, dass der Polizist da den Falschen auf den Boden getan hat. Ich glaube, da war irgendetwas mit dem, der hat selber irgendwie irgendwas gemacht, den anderen da weggedrängt oder sowas. Ich weiß nicht genau, ich muss mir das nochmal reinziehen. Auf jeden Fall ist es nicht genau so, wie wir, wie das hier so verbreitet wird. Ich habe das Video gesehen, ich habe das Video gesehen. Also die haben den Typen mit dem Messer, die sind auf, also diese, wie heißt der, dieser Stürzenberger oder Stürzenberger, die Jungs von dem haben ihn gepackt. Und dann kam der Polizist und hat sozusagen diese zwei Leute, die eigentlich richtig mutig waren, ja, einfach halt weggeschöpft. Und somit konnte der andere wieder aufstehen mit dem Messer. Aber es war brutal. Also der hat so viel Hass in seinen Augen gehabt, das ist abartig. Also wie viel Hass muss man haben, ja, dass du sowas machen musst. Also das ist schon... Der Islam macht das möglich. Und das krasseste ist, du und auch er seit Jahren, ihr warnt die Leute, ihr warnt und warnt und warnt, aber keiner dazu. Guck mal, da wo diese Jugendlichen da in Sylt, Ausländer raus, das ist natürlich scheiße gewesen. Das ist, sowas macht man nicht und das ist scheiße. Aber darüber hat jeder berichtet, jeder Influencer, jeder ist drauf gesprungen. Hey, über diese Aktion... Das ist auch, haben wir auch gerade eben darüber geredet, ne? Ja, ich weiß, ich bin erst reingekommen. Ganz Deutschland hat darauf reagiert. Ganz Deutschland von Influencern. Die Namen waren innerhalb von fünf Minuten herausgekommen. Influencer haben die Namen von den Leuten mit Wohnort und Adresse und alles Mögliche da gepostet im Internet. Das ist so krank. Das ist heftig. Und dann die Medien, ja, eine Messerattacke, wir wissen nicht, wieso, weshalb, was das ist, keine Ahnung. Alter. Der Stürzenberger, weil der Stürzenberger für die wie ein Hetzer ist, deswegen denken sie sich so innerlich, ja, Gott sei Dank ist ihm das passiert, verstehst du? Das ist das. Ja, ja. Kommt immer drauf an, wer das für diese Leute macht. Sind es diese Leute, die auf einmal solche Parolen schwingen, da muss man das sofort erwähnen und die demolieren. Sind das aber Leute, die auf einmal gegen den Mainstream sind, so wie Stürzenberger, und politisch inkorrekt ist, so bist du unten bei denen durch. Weil das alle, die alle zu einer Elite gehören, diese Leute, die oben stehen. Mit 900.000 Abonnenten, mit 500.000 Abonnenten, mit eine Million Abonnenten und, und, und. Verstehst du? Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann kommt auf einmal dieser Nadal Jindawi aus seinem Loch heraus, wo der noch nicht mal einmal Bezug genommen hat auf sein eigenes Land und einmal so gedacht hat, dass er mal so einfach mal Mitgefühl zeigen sollte. so, ne, und dann hat er nämlich Angst gehabt um seinen eigenen Hintern, wenn der einmal Palästina erwähnt. Ja. Aber dieses Video Ausländer raus, Ausländer raus, ja, war ich natürlich wieder sehr, sehr auf Wut unterwegs, als ich das gesehen habe. Sagte ich mir, du kleiner Doppelmoralist du. Ja, genau, also, dass es natürlich nicht korrekt ist, das wissen wir alle und dazu stehen wir natürlich alle, aber diese Doppelmoral eben, wenn etwas so Schlimmes passiert wie gestern, jeder sagt nichts, weil jeder hat Angst um seinen eigenen Arsch, das ist das Problem einfach. Und eben Menschen wie du, eben die Leute verstehen, die müssen verstehen, was du machst oder was auch der Stürzenberger macht, diese Arbeit, diese Arbeit, das ist keine Hetze, das ist eine Aufklärung, du tust dein Leben dafür einfach opfern, ja, und geben und du hast da selber auch berichtet, dass auch Leute hinter dir her waren, Gott sei Dank wurde das vom Staat aufgeklärt und das ist hart, ja, also deswegen nochmal echt großen Respekt für eure Arbeit, für deine Arbeit und hoffentlich bleibt Gott immer an eurer Seite so. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Okay, Gott segne dich, danke dir, dass du dabei warst. Danke, Black. Auf jeden Fall, danke dir. Ciao, ciao. Moin, grüß dich, Pamir. Hallo, mein lieber Gott, segne dich von deiner Familie. Dankeschön, deine auch. Ich habe mal eine Frage zu der Gebetsform der Orthodoxen, was sehr stark der muslimischen Christengebetsweise ähnelt, wie kommt diese Ähnlichkeit zustande? Ja, das ist ja von denen geklaut worden, die Al-Fatih ist nichts anderes als ein syrisch-orthodoxes christliches Gebet. Ja, macht ja nur Sinn auch, ne, weil der Christen, die ja schon viel länger existiert, ne? Von den syrischen Orthodoxen geklaut und haben das in ihren Koran reingepackt. Al-Fatih ist nichts anderes als ein christliches Gebet von den syrisch-aramäischen orthodoxen Christen. Ja, ehrlich, wenn du dich damit beschäftigst, du wirst es herausfinden, du sagst, der Mohammed hat das einfach kopiert von den Orthodoxen, also von den syrisch-Orthodoxen, von der damaligen Zeit, die sich auch in der arabischen Halbinseln... Aber könnte man nicht sagen, dass das vielleicht einfach so eine allgemeingültige Gebetsform damals war, dass man sich, wenn man irgendwie zu einer höheren Macht gebetet hat, dass man sich dann irgendwie pauschal schon... Das waren ja, wie ich dir gesagt habe, das waren ja von so Mönche oder Priester oder was ein Gebet, das sieht man ja auch, das ist ein Mensch, der zu Gott betet, um ihn zu preisen. Al-Fatih ist nichts anderes als ein Gebet, wie ein Mensch zu Gott fleht und ihn preist und lobt und ehrt, ne? Das ist das, und das haben die von den syrisch-orthodoxen Christen geklaut. Guck mal, dieser Hulk Maserati, wie der so mit Messerzeichen macht, dieser Verrückte. Okay, also er wollte aber noch fragen, so die orthodoxen, die sind ja auch ein bisschen anders, ne? Ich meine, ähm, verfolgen die den Lehren Jesu so, wie es sein müsste, oder? Also ich finde, das ist schon eine extreme Form. Warte mal, warte mal, was ist denn in Hagen? Passt jetzt schon wieder irgendetwas? In Hagen, das war mal... Hagen Schüsse, ne? Kommt bei mir auch direkt. Vor 38 Schüsse Wohnhaus und Friseur, ach, du, ein mehrere Verletzte. Jeden Tag, jeden Tag irgendwas jetzt. Vor einer Stunde, ey, zwei. Geht auf der Flucht, oh mein Gott, das kann doch nicht mehr wahr sein. Aber, ist das ein Moslem gewesen jetzt, oder? Ich weiß nicht, ich warte mal ganz kurz. Bei Schüssen in einem Wohnhaus und einem Friseursalon in Hagen sind am Samstag vier Menschen schwer verletzt worden. Der mutmaß sich, Dieter, ist flüchtig, statt schon Flüchtling. Ja, Türke, 34-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit. Eines der verletzten Opfer sei seine Ehefrau, schrieb die Polizei Hagen. Ja, seine Ehefrau? Wieso hört man das denn nicht von Wolfgang, Dieter oder Peter? Ja, wirst du nie hören. Oder Kevin oder Kai oder Dennis oder... Ja, okay, man muss schon sagen hier, wo war das? Das in Hanau, ne, das war ja auch, ne, das war ja auch, sag ich mal, Europäer. Aber das sind Einzelfälle, das sind wirklich Einzelfälle. Das sind ja wirklich Einzelfälle, ne. Die Regel bestätigt die Ausnahme, ne? Ja. Ja, das ist traurig, ne. Das ist jetzt ja wieder so schlechtes Licht, so auf Leute wie mich und dich jetzt, die eigentlich ein ganz normaler Mensch ist, aber die werden natürlich jetzt an denselben Schublade gesteckt, ne, wenn man uns jetzt nur so von außen betrachtet, sag ich mal. Okay, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Dankeschön, dankeschön dir auch. Ja. Ciao, ciao. Ja, 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 Edwin. Edwin möchte wieder irgendwas sagen. Armee laut Welt lebt der Polizist. Das habe ich auch gerade noch gelesen vor drei Stunden. Man muss immer vorsichtig sein, was man alles so verbreitet, ne? Ja. Oh, la, la, la. Ist die Frau gestorben? Ich weiß es nicht, Leute. Jeden Tag irgendetwas. Langsam wird das immer unheimlicher und unheimlicher. Merkt ihr das? Fast jeden Tag ist irgendetwas hier an, an, ähm, M-E-S-S-E-R und, ne, hier, Dings. Ich kann diese Worte nicht mal hier aussprechen, ohne dass ich gesperrt werde. Der Widerspruch wird immer noch bearbeitet. Ja, super. Danke, TikTok, ey. Dass man hier nicht mal irgendetwas sagen darf. Und ich bin noch nicht mal am Hetzen. Ich muss nur diese Worte benutzen, um mal einen Artikel hier zu lesen. Ich kann noch nicht mal einen Artikel richtig lesen, ohne dass ich hier gesperrt werde von diesem KI-System. Das ist wahnsinnig krank, Mann. Ja, nicht nur das. Dieses System, was sie dort eingestellt haben, ist total sensibel. Das reagiert auf alle Wörter, obwohl man doch nur etwas zitiert oder so. Das ist doch krank. Ami, es gibt ein Video, wo die eine Polizistin bei dem Vorfall einfach weggerannt ist. Oh mein Gott. Ja, aber wir sagen jetzt sowas. Aber wenn wir auf einmal, wenn einer von uns auf einmal in der Situation wäre, das wäre auch erstmal Schockzustand. Naja. Ami, kennst du jemanden mit dir? Ja, natürlich kenne ich den. Das ist doch der, der gesagt hat, diese Dreckhaufen, der das gesagt hat. Wie der das noch so genüsslich sagt. Wie der das so macht. Wie so ein Geisteskranker, ne? Das ist ein Held. Habt ihr gesehen, was der mit dem Polizisten gemacht hat? Voll der bekloppte Typ, ey. Wie der sich so daran, äh, so. Ne, ihr wisst schon, auf. Ja, heftig, ne, jetzt kennt ja jeder mich auch noch. Jeder, es geht ja gerade viral, das Video. Überall in Bild-Zeitung und sowas, das ist krank. Glück im Unglück. Merkt ihr das? Der Herr benutzt einen Imam Meti, damit die Leute auf mich aufmerksam werden, damit die Leute Jesus Christus hören, damit sie gerettet werden, falls hier irgendwas bald passiert. Das ist krank, das ist heftig, ich merke das nicht. Das ist krank. Das ist Wahnsinn. Danke. Jetzt hören die ganze, die breite Masse in Deutschland, Bild ist ja auf die breite Masse, äh, auf Hauptseite, genau. Dann hören die alle meinen Namen. Unglaublich, ne? Die hören alle meinen Namen. Wer ist denn dieser Arm hier? Dann sehen die auf einmal Ex-Muslime Klärer auf TV bei YouTube. Und die werden alle aufmerksam auf meinen Kanal. Ist das nicht herrlich, was der Herr macht? Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeiten. Siehst du, wenn der Herr etwas vorhat, wer ist dieser Scheich? Wer ist dieser Dr. Scheich Abu Hamir? Betet dafür, dass sehr viele Menschen das sehen. Und sich davon ernähren und sagen, ja, warte mal, dieser Junge, der da gerade als PowerPoint-Präsentation bei YouTube hochlädt und da Livestreams abhält, das ist ja voller Beweise. Wie können wir denn sagen, dass das nichts mit Islam zu tun hat? Wir müssen ja völlig den Verstand verloren haben. auf Titelbild sogar, ja. Das wachen immer mehr auf, ja. Dr. Scheich Abu Hamir und sein Hetzer-Team. Ihr Kleid, hetz ist ihr. Weit bei Lanz. Hallo. Hallo, grüß dich. Gott segne dich. Deine Familie. Dankeschön. Ich wollte dich kurz mal, ja, fragen. Und zwar, ich bin älteres Bäuer, bin aus Wien. Und wir haben auch täglich solche, leider solche Angriffe. Und meine Frage jetzt, warum werden die Kinder schon so mit Hass erfüllt? Weil die Eltern, die so erziehen. Das ist das, sie erziehen sie islamisch. Viele, viele Eltern zwar nicht, aber viele wiederum genau, total hasserfüllt und ja, Hass auf den Westen und jetzt auch diese ganze Situation mit Israel und Palästina gibt noch mal schön Benzin ins Feuer. Aber ich denke auch, dass der Vatikan da auch viel mit seinen Fingern im Spiel hat. Weil ich denke nicht, dass etwas Friedliches vom Vatikan ausgeht. Vom Vatikan? Ja. Ja, Spekulation. Der Papst ist ja auch jetzt nicht ohne, aber wir würden an dieser Stelle jetzt nur spekulieren. Wir können also, wir müssen also nur arbeiten mit dem, was wir in unseren Händen haben. Und wenn wir zum Beispiel islamischen Schriften aufschlagen, dann sehen wir, dass der Mohamed in seinem Leben sehr, sehr bösartige Sachen getan hat. Und auch sehr bösartige Sachen befohlen hat. Aber lustigerweise, ob es jetzt gespielt ist oder nicht, ich bin mit Türken aufgewachsen. Ich bin selber Serbe, christlich-orthodox. Und die Türken können die Islamisierung, was hier geschieht in Österreich jetzt, ich spreche von uns hier, können es auch schon nicht ausstehen. Und sind auch schon dagegen und sagen, packt sie ein, raus mit denen, weg mit denen. Die haben auch schon die Schnauze voll. Ist das jetzt von denen jetzt gespielt oder, weil sie sind ja selber auch islamisch erzogen, aber ich kenne keinen Türken, der was jemals so eine Tat verübt hätte. Heftig. Das Bild hat sogar den kompletten Text so als, sag mal schnell, den kompletten Text für die Leute so sichtbar gemacht, damit die das lesen können. Wow. Und dann steht hier, ich schicke dir alles, inshallah passiert das mit Ex-Muslim, inshallah jeder Islamkritiker, jeder der den Islam kritisiert, jetzt stell dir mal vor, jetzt gehen die auf die Suche nach Ex-Muslim. Wer ist denn das? Das ist irre. Das ist irre. Das ist ja heftig. Wer ist denn dieser Ex-Muslim, der auf einmal im Bild da auftaucht? Bild. Ehre, Ehre. Ehre sei dem Herrn Jesus Christus, dem Lamm Gottes. Amen. Amen. Imam Mettah, Imam Mettah, Imam Mettih heißt der, dass der Islamist, der sich im Internet Imam Mettah nennt, es wagt in einem Video die Blute von Mannheim zu feiern, dass er den in den Islam, explizit das Messer gemetzelt an einem unserer Polizisten, das ist unglaublich. Aber der lebt, der lebt glaube ich nicht in Deutschland, der ist irgendwo im Ausland, der ist in der Psychiatrie oder sowas. Anscheinend, ja. Ja, man merkt, der ist völlig verstört. Man sieht das doch an seiner Augen, Mimik und Gestik. Augenblick, ja. Und ich bin der Koran und ich bin der Erbe des Korans. Ich bin ein Prokret, ich bin Imam Mettih. Und wenn man sich so in den Typen reinzieht, denkt man sich, ey, welche Beton-Tabletten hast du zu dir genommen, Mann? Ja, da musst du schon alle Tassen im Schrank haben, Mann. Wahnsinn. Okay. Danke dir. Gott segne dich. Deine Familie. Ciao. Alles Gute. Ciao. Armin, schau dir mal sogar Sugar MFK an. Sein neues Lied. Du, wir brauchen... Er lebt in Ungarn im Heim. Ehrlich? Da lebt der Typ, Imam Mettih. In Ungar... Er ist un-ungarischer Staatsbürger. Der sieht so aus wie ein Pakistaner, der Imam Mettih. Er ist doch kein Ungarner. Er wird ja guten Spaß bekommen mit Viktor Orban. Viktor Orban ist doch da der Staatschef, der ja null Toleranz Politik fährt mit so Flüchtlingen und sowas, ne? Ach, der ist Roma, der Typ. Ah. Der ist selbischer Roma. Ah, okay. Europol klärt. Ah, man hat eine Riesenwelle ausgelöst. Ja, so muss das sein. Der Herr Jesus Christus, sein Name muss überall verkündigt werden. In ganz Deutschland, Europa, überall. Amen. Der lebt in Köln, der Mettih. Ehrlich, jetzt, wo lebt der Typ denn? Jeder sagt irgendein anderes Zeugs, ey. Jesus sieht aus wie ein Junkie. Das musst du in den Spiegel schauen und das dann nochmal sagen. An der Ecke mit so Gitarre. Aus. Nur in den Spiegel schauen und das gleiche nochmal sagen. Den Satz passt dann perfekt. Einfach nur in den Spiegel schauen. Da machst du nichts verkehrt zu sagen, das ist ein Django. Einfach nur in den Spiegel schauen. Das singen, Bruder. Na Gott, singen Sie schon deine Familie. Wie kann man so über den Herrn Jesus Christus sprechen, der nicht die Sünde getan hat, der nicht wusste, was Sünde ist und für uns zu Sünde geht. Dass er voller Liebe ist. Voller Liebe. Wie kann man über Jesus Christus so sprechen, als ich noch nicht Christus war, weil sie ihn nicht kennen. Vertrieben respektiert. Weil sie ihn nicht kennen, Bruder. Weil sie ihn nicht kennen. Ich habe ihn auch nicht erkannt, aber ich habe mich niemals getraut, über Jesus Christus ein schlechtes Wort zu verlieren. Ich war noch nicht mal Christus und habe, wenn die Leute irgendeinen Unsinn erzählt haben über Christen oder Jesus, weil ich mich ja damit so beschäftigt habe, habe ich Jesus Christus automatisch verteidigt. Heftig, ne? Natürlich, ja. Obwohl ich noch nicht mal Christus war. Das war das Heftige. Ich war noch nicht mal Christus. Und trotzdem war es in mir drin, dass ich jemanden verteidige, der unschuldig ist. Verstehst du? Amen, Bruder. Amen. Ja, so ist das, Bruder. Dieser Imam Matti hat doch auch, er hat doch nicht nur dich erwähnt, Bruder, er hat doch auch, glaube ich, Bruder Reza, Bruder Pavlos und Bruder Danny erwähnt, ne? Ja, aber nicht... Er meinte Ex-Muslim und diese ganze Hetzerbande Reza, Pavlos und Danny, habe ich, glaube ich, so gesehen. Er hat alle erwähnt. Das Video hat doch jeder hochgeladen. Er erwähnt nur mich, den Elia und einfach nur Ex-Muslimen. Ja, einfach nur Ex-Muslimen. Ach so, dann war das ein anderes Video, Bruder. Sorry, dann habe ich das vertraut. Ja, das Video, was jetzt gerade viral geht, ist jetzt das, was er gerade gesagt hat. Mein Name, den Namen von Elia hat er genannt und einfach nur Ex-Muslimen, ne? Heftig, ne, wie der Herr das macht, Bruder? Wie der Herr das einfach macht, das ist so heftig. Was der für eine Werbung gemacht hat, der für Wahnsinn. Der ist ja psychisch labil, der Typ. Der wird ja bestimmt jetzt in die Irrenanstalt eingewiesen und da kommt er erstmal nicht raus und er wird jetzt schön unter Betontabletten gestellt und dann hat er... Guck mal, wie der Herr das nutzt, um für das Werbung zu machen, damit die Menschen die Botschaft von Jesus Christus hören. Ist das genial. Das ist mehr als genial, Bruder. Das ist mehr als genial. Das ist wirklich heftig. Ja, jetzt wendet ihr auf meinem Kanal, Ex-Muslimen erklären auf TV, auf YouTube. Aufmerksam und ziehen sich die ganzen Videos rein. Und dann sehen die, aha, das ist ja dann zu tun. Es haben aber auch etliche TikTok, die geben bestimmt auch einen TikTok-Ex-Muslim ein und gucken, wer du bist. 100 Prozent. 100 Prozent, Bruder, siehst du, Bruder, das ist so heftig. Ich könnte mich nur freuen, wenn ich an den Herrn denke. Ehrlich, Bruder, das ist so heftig. Wie gut, ey, das war's, ne? Ich kann staunen, staunen, staunen. Wirklich, wirklich, Bruder. Ja, Bruder, ich wollte dir nur sagen, ich wünsche dir einen gesegneten Stream. Gott segne dich und deine Familie. Ich würde dich segnen, danke dir. Dich auch, mein Bruder. Ich gucke dir weiter zu von draußen. Alles klar. Ciao. Ciao, ciao. Preis sei dem Herrn. Amen. Gottes Segen an mir. Gott segne dich und deine Familie, mein Bester. Dankeschön, deine auch. Was ich eigentlich nur fragen wollte, du kennst ja den Tesla Hahn, ne? Ja. Ja, was ist eigentlich denn seine Mission, ey, wenn ich dem so zuhöre? Der ist ja echt krass unterwegs, ne? Ja, das ist heftig. Ich weiß nicht, warum er das macht, weil... Ey, das frage ich mich auch. Ich höre mal, der geht ja wirklich, der ist ja Maximum, mehr geht ja nicht. Ja, der, ja, ich frage mich, wenn der nicht als nächstes irgendwo, ähm, ja. Ja, ja, dass er echt keine Angst hat, dass er wirklich mit seinem Leben so spielt, ne? Wirkt sehr, sehr verstörend, was er sagt, sehr verstörend, ne? Ja, ganz schön. Dass er so kleine Muslim-Kinder ... und so was sehr, sehr krank, sehr krank. Ja, aber der ist ja kein Muslim, der tut ja nur so, ne? Nein, ich weiß, aber allein diesen Satz zu sagen, ich ... und die kleine Gaza-Muslim-Kinder und so was, weißt du? Ja, genau, der ist ja voll so auf diese Hass-Wörter, ich meine diese Hass-Wörter irgendwo aus seinem Herzen. Wo kommt das denn her, so dieses Hass, so? Ja, der ist ein Atheist, ne, der ist egal, alles, ne? Ah, okay, der Atheist, ja, weil so, wenn du jemand so fragt, wegen Christentum, so, da hält er sich mehr so zurück, glaube ich, denke ich mal, ne? Ja, weil er gegen Christen nicht zu sagen hat. Nur der Islam ist für ihn eine Bedrohung, statt für ihn eine Bedrohung, da, aber auf diese Art und Weise, das so zu machen, ist schon, fragt, würde ich schon ... Das ist schon echt krass, ne? Sehr grenzwertig. Ja, sehr grenzwertig. Ja, wirklich, finde ich auch. Ich meine, Dings, aber das ist ja echt krass. Wie kann man äußern, konstruktive Kritik kann man äußern, ist gar kein Problem, aber so ins Übelste reinzugehen, ne? Und dann, ja, da braucht man sich das auch nicht mehr zu wundern, wenn dann auf einmal die Suche stattfindet, ne? Wenn man sowas sagt mit Gaza-Kinder und sowas, das ist heftig, das ist wirklich ... Ja, wirklich, genau, das ist das, ja. Das ist das, ja. Man will das auch verstehen irgendwo, ne? Seine, irgendwo seine Mission, aber ... Natürlich braucht man, natürlich sollte man ihm nicht irgendwie was tun, auch wenn er so redet, ne? Genau. Die verstehen ja da in der Hinsicht dann auch kein ... also die haben dann kein Pardon, ne? Das stimmt, das stimmt. Obwohl sie da hinwegsehen müssten, ne, und sagen, du bist eine arme Seele, sozusagen. Genau, richtig. Wir werden für dich dann beten, ne? Aber sie reagieren genau so, wie er es haben will, ne? Ja, das ist das Krasse. Ich glaube, kaum ein Christ würde, also, wenn er jetzt wirklich die, also den Christen zu so schlecht machen, dass der wirklich jetzt so handeln würde, wie ein Moslemmer jemanden ... Ich würde ja noch nicht mal zum Aufmerksam, äh, keiner, kein Christ wird dem Aufmerksamkeit geben, wenn er so anfängt. Ich würde niemals seine Streams gucken oder mich davon beeinflussen lassen oder sowas. Ganz einfach. Ja. Und die muss in jedem Sinn kommen, also die lassen sich triggern und das ist das Heftige. Genau, richtig. Ich glaube, es wird auch kein Christ sich irgendwie dem auf die Suche machen und dem versuchen, was anzuzummen und sowas. Als hätte Jesus Christus gesagt, wer ist bereit, meine Kritiker umzulegen? Verstehst du? Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Mein Widerspruch wurde nicht genehmigt, Leute. Es kann sein, dass mein Stream gleich gesperrt wird. Ich werde rausgehen und wieder reinkommen. Bis gleich. Alles klar, Hamid. Tschau. Gute Segen. Ich gehe mal raus und gehe mal rein. Oder ist dieser, ist Sugar MFK oder wie heißt, wie nennt er sich? Sugar MFK oder M-M-F-K oder wie heißt das? M-M-F-K. Sugar, wie nennt er sich mal? Jetzt habe ich voll den Versprecher. Baerbock. Baerbock. Das ist echt, echt. Das ist ein Hausgeholen. Baerbockisch. Wurde wieder geberbockt, ey. Okay, bis gleich. Okay, ciao, 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 ciao. Nicht mehr über Zucker reden. Darf man jetzt nicht mal über Zucker reden, oder was? Das ist krank, das ist so krank. Du bist Sugar, ja genau. Du bist Sugar. Am besten gar nicht über Zucker reden. Oh, Ex-Muslim. Wie geht's, Gott segne dich und deine Familie. Gut bei dir. Ja auch, danke schön. Bist du der wahre Ex-Muslim? Ja, ich bin der echte, genau. Ehrlich? Ja, ehrlich. Sehe ich aus wie Fake, oder was? Nein. Aber ich habe Dings Videos gesehen von dir und Dings, wie heißt der, der in sein Kinderzimmer hockt. Wie heißt der nochmal? Der ABK. ABK. Ja, da muss man auch mit 35 noch bei Mama im Kinderzimmer sein. Das ist okay. Ja, jetzt höre ich die Stimme. Da muss man auch mit 35 noch sein. Aber du hast mich verändert. Ja, ich habe mich ein bisschen verändert. Man geht ja auch mit der Zeit, ne? Ja. Weißt du? Krass, krass. Ja. Aber im Geist habe ich mich nicht verändert, denn der Geist Gottes ist immer noch in mir. Selam Aleko. Ach, du bist Moslem? Nein. Sagst du Assalam Aleikum? Ich dachte, du sagst Assalam Aleikum, nein? Nein, nein, du kannst ja sagen, Gott segne dich und deine Familie. Okay. Also du bist wirklich umgestiegen? Ich bin wirklich umgestiegen, genau. Okay, krass. Ja, jedem das seine. Um Gottes willen. Ja, jedem das seine. Und? Hast du die Tat mitbekommen, die passiert ist? Ja, bestimmt. Ja, ja, ja. Krass. Aber irgendwann war mir klar, dass das eines Tages passiert. Ich höre es dir. Früher oder später war mir das so klar, das ist nicht normal. Warst du nicht auch mal da dabei? Nein, ich war, wann war ich mal da? Ich glaube, ich war 2014 oder 2015 oder sowas mal bei so einer Kundgebung. Aber nicht so. Aber der Dings war da. Wie heißt der? Der war aber diesmal nicht dabei. Wie heißt der, der andere? Wer? Der auch auf TikTok live war. Der Ehefahn, meinst du? Ja. Ja. Okay, mein lieber Gott, segne dich schon deine Familie. Ich mach mal weiter. Ich folge dir. Okay. Du mir nicht. Danke. Ja. Ist das ein Typ? Du mir nicht? Sugar will live kommen. Und dann gehen wir ja. Dankeschön, ihr Lieben. Danke. Schimmchen. Moin. Morgen, mein lieber Gott, segne dich schon deine Familie. Was machst du, du Arsch? Mit dir ganz normal reden, ohne dass du Fäkalworte benutzt. Ihr Kelp. Was hast du davon, wenn du sowas machst? Blamierst du nicht den Islam, dich selber und dein ganzes Dasein? Aber wie kommst du darauf, dass ich dem Islam angehöre? Ja, weil nur Muslime so reden. Ach komm, laber nicht, du Hund. Siehst du? Ja, hat man dich schön ertappt, ne? Ja, Kälte. Nur Muslime reden, so ey. Sag ich, woher willst du wissen, dass ich Muslim bin? Ja, nur Muslime reden, so. Und. Eindeutig. Danke, Kusmos. Knockout, genau. Das war ein Knockout, ist das, ne? Hi, Armin. Hallo, mein lieber Gott, segne dich schon deine Familie. Nein, auch. Bruder, du hast doch gerade gesagt, jedem das Seine. Woher kommt dieser Spruch? Weil du bist ja voll gebildet. Das kommt von, hier, Klartext redend. Jedem das Seine. Nein, nein. Aber du bist doch, du hast doch vorhin jedem das Seine gesagt. Du bist doch voll der gebildete Mensch, voll der gute Christi. Jetzt überleg mal, woher das... Ich bin da raus hier. Mach mich nicht wahnsinnig. Ente, du kannst vernünftig reden, ohne hier... Du kannst noch mal reden, ist alles okay. Sollen wir jetzt anfangen zu gucken, wo diese Sätze herkommen, oder was? Unglaublich. Armin, wie geht's dir, mein Beste? Alles gut? Ja, nach diesem Vorfall gerade habe ich fast schon wieder dulden. Entschuldigung. Ich bin hochgekommen, ich war heute wieder, trainieren wir jeden Tag, an die zwei Kandidaten von eben, weil Armin ist zu stark für euch. Ich kämpfe gegen euch. Ich fordere die zwei zu einem Einzelkampf heraus. Ich kämpfe für dich, Armin, mach dir keine Sorgen. Nein, auf damit, ey. Dankeschön. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass sie dich hochkommen und deine Mutter beleidigen und so. Weißt du, was ich meine? Das geht doch nicht. Also irgendwann reicht es doch auch, Mann. Ja. Also wie gesagt, an jedem im Chat, wer kämpfen will, schreibt mir PN. Wir kämpfen Mann gegen Mann, aber lass diese Messer zu Hause. Nur Mann gegen Mann, wie echte Männer kämpfen. Okay, danke dir. Gott segne dich. Okay, mein Bester. Ich wünsche dir was, gell? Mach's gut, mein Lieber. Du bist der Beste. Du bist der Außerwählte von Gott, mein Beste. Alle, rede mir an. Alle, rede mir an. Mach's gut, mein Lieber. Hallo, Amir. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und meine Familie. Gott segne dich auch, Bruderherz. Ich gucke dich jeden Tag an, ne? Und ich bin Aramäer, überzeugter Christ. Wollte ich dir sagen? Und ich habe mich nie so richtig damit befasst, bis ich dich gesehen habe, ne? Spaß beiseite. Und was du sagst, ist 100% die Wahrheit. Gott segne dich. Wundervoll, dass du dich damit beschäftigt hast. Ja, ja. Und ich wollte nur sagen, das, was du machst, ich habe mir jetzt auch damit angefangen, so in meiner Gegend, in meinem Freundeskreis und so. Und die verstehen es nicht. Ich habe dich emittiert, nicht aus so, aus so, einfach so. Du hast meine Argumentation genommen, ne? Genau so. Weil das, was du sagst, ist 100% die Wahrheit. Natürlich. Du siehst ja, ich prüfe alles, was ich sage. Ich rede nicht von RTL, Bild, Zeitung oder WDR, ZDF oder so. Nein. Wir reden aus der... Das war alles so Heuchlerei. Ganz ehrlich, das sind so Heuchlerei, was die da machen. Ja, das ist Heuchelei. Ja. Sag mal an mir, Bruder. Ja? Du hast ja konvertiert zu die wahre Religion, zu Jesus Christus, unser Herrn. Das ist keine Religion, mein Lieber. Das ist eine... Das ist der nebendige Glaube an den lebendigen Gott, Jesus Christus, der sich für uns dahin gegeben hat. Der wahrhaftige Gott in das ewige Leben. Mit Bauch. Ich habe auch Bauch, schäm dich nicht, keine Sorge. Aber trotzdem, ich sage mal, ein Mann ohne Bauch ist kein Mann. Ja, wo bist du hin? Ich bin... Ich war gerade kurz weg. Ich habe gerade meinen Sohn gesehen. Der ist gerade drei Monate alt, alles gut. Jetzt rat mal, was den Namen ich ihm gegeben habe. Ich weiß nicht, mein Wester, keine Ahnung. Was heißt denn Gott ist mit uns? Also Immanuel. Immanuel. Das ist dein Herz. Genau den Namen habe ich ihm gegeben. Ich habe, glaube ich, irgendjemanden stumm geschaltet, ohne es zu wollen. Warte mal. Aus Versehen. Ich habe, glaube ich, jemanden stumm geschaltet, aber ich wollte das nicht. Ups. Sorry. Hä? Wen habe ich denn stumm geschaltet? Ich... Die... Ja, Mann. Super. Ja. 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 Ja, Mann. Ja, Mann. Ich höre dich. Bruder, ich habe eine Frage an dich. Ich bin ein Moslem, Bruder. Mir ist auch egal, was du bist. Aber weißt du, was für eine Frage ich habe? Wieso musst du dich Ex-Muslim nennen? Warum? Warum dieses Provokante? Ich habe keinen Bock mehr, diese Fragen zu beantworten. Warum? Wie geht's, Bro? Nenn dich von mir aus, äh, Rosinenmann. Nenn dich von mir aus, Chris Rider. Nenn dich von mir aus, äh, äh, der Zocker, der Rocker. Nenn dich doch, wie du möchtest. Was ist das der Problem? Nenn dich, jeder kann sich doch nennen, wie er will. Selbst wenn ich einen anderen Namen gebe, selbst mit meinem Auftreten, würden die Leute trotzdem hier reinkommen. Da brauchst du nicht mal Ex-Muslim da drauf stehen haben. Es geht um das, was gesagt wird. Um die Person, die dahinter steht. Verstehst du? So. Gott segne dich von deiner Familie. Wie geht's dir, mein Bruder? Gott, ja, gut geht's mir. Dem Herrn sei Lob und Dank, Amen. Sehr gut, Stolz. Wie läuft's? Ja, gut. Kurze Frage, kennst du diesen Pia Vogel? Ne, den kenne ich nicht. Wer ist das? Nein, nein, jetzt, Spaß bei dir, du kennst ihn doch, ne? Natürlich kenne ich Pia Vogel, Mann. Ja, ich habe ja ein paar Videos schon gesehen, ne? Aber, sei mal ehrlich, wie finden Sie ihn so als Person? Den Pia Vogel? Als Person, ich kenne ihn gar nicht als Person. Ich hatte, ich habe nie was mit dem zu tun gehabt. Aber so, was man so sieht. Nein, nein. Ich meine, du hast schon so Videos gemacht über den, so. Die gingen ja schon so eineinhalb Stunden lang oder so. Ja, ich habe versucht, auf ihn zu antworten. Und ich habe gut geantwortet. Und du siehst, wenn ich auf Pia Vogel reagiere, wie dann seine Aussagen in den Rauch aufgehen, ne? Pia Vogel ist ein E-Di, aber. Nein, auf ihn zu beleidigen. Gott segne dich schon, deine Fahne. Doch, Digga. Hallo, ich grüße dich, mein Bester. Gott sei Dank dir und deine Familie. Danke, dir und deine Familie auch. Gott segne dich und deine Familie. Ich danke dir, mein Freund. Ich wollte sagen, ich unterstütze dein Content. Danke schön. Mach weiter so, wie du bist. Veränder dich für gar keinen. Ja. Und du machst das schon wie viele Jahre? Seit vier, fünf Jahre habe ich gesehen auf YouTube, ne? Seit ungefähr 2017, 18, irgendwie sowas, ja. Und da hatte ich eine Frage an dich, also jetzt zu deinen Videos. Du hast ja gesagt, du bist konvertiert, als du im Haps, im Haps da warst, ne? Im Gefängnis. Ich bin nicht dort konvertiert, sondern da fing diese Reise erst an. Also da hat sich das Ganze dann hochgeschaukelt, ne? Wo ich dann anfing, kritische Nachforschung anzustellen, ne? Ich hatte genügend Zeit zu lesen, zu machen, zu tun, ne? Und wie hat deine Familie reagiert, als sie gehört haben, dass du kommentiert bist? Ja, natürlich, ähm, erstmal komisch, ne? Die waren perfekt. Ich wusste nicht, was sie damit anfangen sollen, ne? Ja. Und dein Onkel ist ja auch Christ, ne? Bitte? Dein Onkel in den Videos, der war ja auch Christ, oder? Das ist nicht mein Onkel, das ist mein Bruder. Dein Bruder? Wahnsinn, wie hast du es geschafft, dem, also dem die Wahrheit ins Gesicht zu zeigen? Ja, er hat sich selber damit beschäftigt, obwohl ich das gar nicht wusste. Vor dir oder nach dir? Zeitgleich, musst du dir vorstellen. Er für sich selber und ich für mich selber. Und dann haben wir uns so getroffen. Wahnsinn, heißt ihr beide seid jetzt die einzigen Christen in eurer Familie, oder hast du versucht, auch anderen den richtigen Weg zu zeigen in deiner Familie? Natürlich versuche man auch, innerhalb seiner Familie auch zu erfahren, gesehen, ist doch klar. Aber diese waren davon abgeneigt, ne? Ja, mehr oder weniger, ja. Aber das Wichtige ist, dass du halt die Wahrheit erkannt hast und ich kann nur sagen, top, weiter so mein Bester, ich wünsche dir, deine Familie, alles, alles Gute. Danke dir, Gott segne dich schon deine Familie. Ich danke dir, mein Bester. So, du kannst jemand anderes reinnehmen, ich will jetzt keine Zeit verschwenden, wir sehen uns auf jeden Fall wieder, ne? Okay, danke dir, Rekorda. Gott segne dich, ja. Du kannst jemanden anderes nehmen. Aber okay, Fass, was ist das? Vater von Kepfass? Gott segne, Armin, ja. Gottes Segen, mein lieber Gott segne dich in deiner Familie. Ich wollte eigentlich gar nicht hoch, aber ich habe jetzt trotzdem, mir ist gerade was eingefallen. Du hast über Pierre Vogel geredet, ne? Was würde, denkst du, abgehen, wenn das, was Stürzenberger passiert ist, mal so einer bei Pierre Vogel machen würde? Ich glaube, viele Muslime, die würden mich auch freuen, die würden sagen, oh, dieser Monarch, dieser Heuchler, der, Gott sei Dank hat der auch noch was abgekommen. Das ist die ganze Zeit auf TikTok-Leute, die machen sich darüber lustig und wünschen wirklich hier den Leuten den Tod, ne? Das ist wirklich einer zu viel, aber jetzt fällt dir die Feuerwehr lang. Ja, bei dir ist auch Dreck, was passiert. Ja, ja, hier passiert immer was. Es wird irgendwie herausgegeben, wo dieser Mann herkommt. Viele sagen auch, dass er angeblich Kriegserfahrung hatte, weil wie schnell der zugestochen hat und sowas. Ja, der war schon sehr, sehr begabt in Sachen, ja, reinballern. Ja. Das sah sehr, sehr schrecklich aus. Das war es eigentlich, ich wollte eigentlich ganz hoch. Dann, ich war es noch, Armin, pass auf dich auch. Ja. Das war's. Was geht, Armin, ihr Bruder? Nicht viel, Gott segne dich und deine Familie. Segne dich auch, Bruder, ja, Mann. Guck mal, ich habe eine Frage, ja? Ja. Und zwar, ich habe mal so mitbekommen, dass man, wenn man jetzt Moslem ist, guck mal, ich weiß jetzt nicht, wie ich mich hier äußern kann, wie explizit, Bruder, kann ich gewisse Wörter sagen? Ja, musst du aufpassen, das System schmeißt dich dann irgendwann mal raus. Also, wenn man jetzt Moslem ist und in den Himmel kommt, als Mann, da wird einem ein Palmen Punkt 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 versprochen. Ist das richtig? Ja, genau, das ist richtig, ja. Nein. Ja, das ist doch wundervoll, ne? Willst du nicht auch einen Palmen mit mir hier in IS haben, oder was? Ja, Bruder, ich habe es jetzt schon hier, aber da kann es auch nicht schaden, weißt du? Ja, auch nicht. Nee, okay, Bro, dann hat mich auf jeden Fall gefreut und ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Danke für die Antwort, auf jeden Fall. Gott segne dich und deine Familie. Sehe ich auch, Bruder. Ciao, ciao. Ja. So, ich muss dich rausschmeißen. Boxfabrik Mannheim. Weißt du nicht? Ja, ich höre dich. Gott segne dich und deine Familie. Dich auch. Alles gut bei dir? Ja, perfekt. Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Und bei dir? Wahrheit auch, alles okay. Amir, eine Frage. Ja. Ich bin weder Christ, weder Moslem. Also, ich bin zwar Moslem geboren, aber ich lebe es ja nicht aus, etc. Aber eine generelle Frage habe ich auch nicht. Ja. Was ist die Lösung? Jesus Christus ist die Lösung. Warum nicht direkt mit dem Gott? Ich will euch ewiges Leben. Ich werde euer Hirte sein. Und ihr werdet mein Schlafer sein. Ist das so einfacher, Amir? Ganz einfach macht der Jesus Christus das. Der Herr sagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und das ist ganz, ganz einfach. Du gehst auf die Knie, bereust deine Schuld vor ihm und nimmst ihn als ein Herrn und Heiland an. Du empfängst den Heiligen Geist und der Heilige Geist in dir verändert dein Wesen zum Positiven. Und du wirst ein Leben mit dem Herrn Jesus Christus führen, Tag ein, Tag aus. Und dann bist du auf dem Weg zum ewigen Leben. Amen. Was ist, wenn ich dir sage, dass ich ohne diesen Weg oder ohne die Verbindung direkt zu Jesus trotzdem ein schönes, gesegnetes Leben habe? Indem ich vielleicht direkt mit Gott oder mit Allah in Verbindung bin? Ja, natürlich kannst du versuchen, an alle... Die Frage ist, muss man ein Christ sein oder ein Moslem sein, um einfach ein guter, bescheidener Mensch zu sein, der trotzdem auf die Knie gehen kann? Wir reden doch davon, was der Erlösungswerk ist. Wenn du mich danach fragst, welcher Erlösungswerk denn besser ist, dann würde ich dir sagen, Jesus Christus ist der bessere Erlösungsweg, als der Islam den bietet. Weil im Islam musst du selber dein Leben lassen und das Leben anderer nehmen, damit du sicher im Himmelreich kommst. Surah 9, Vers 111. Denn Allah sagt in Surah 66, Vers 8, vielleicht werde ich euch vergeben. Verstehst du? Weißt du, wie ich den Islam kennengelernt habe? Durch Propaganda? Nee, du kennst ja den Boxer Mohammed Ali. Und jetzt? Mit ihm habe ich eigentlich so den Islam kennengelernt. Wenn ich mir das alles so anschaue... Was ist das? Nee, 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 wie er geredet hat, was er... Was hat er geredet? Was er für seine Mitmenschen gemacht hat. Fandst du... Du meinst, dass es keine Christen gibt, die so reden wie Mohammed Ali und noch besser? Ich weiß es nicht. Ich sage dir jetzt nur... Guck mal, ich sage dir jetzt... Ich habe ja auch schon Christen gehört. Einer meiner besten Freunde ist der Reino. War Moslem, ist jetzt Christ. Ich rede Tag und täglich mit ihm. Und ich sehe die Veränderung auch an ihm. Um Gottes Willen. Ich bin der Letzte, der sagen wird, hey, du bist auf dem falschen Weg. Um Gottes Willen. Aber, ich weiß es nicht, Amir. Ich meine, Fakt ist die Lösung. Wenn du sagst, hey, das ist der einzige Weg, sich mit Jesus in Verbindung zu setzen. Weißt du, wie viel... Ich habe gesagt, es ist der einzige Weg, um sicher gerettet zu werden. Du musst mir schon richtig zuhören, mein Bester. Achtung. Rettung vor was? Rettung vor der ewigen Verdammnis, die auf dich zukommt. Wenn du dich nicht gerettet bist... Wer schickt mich in die Verdammnis? Gott schickt dich in die Verdammnis. Warum soll Gott mich in die Verdammnis schicken, Amir? Weil er selber sagt in seiner Heiligen Schrift, in Johannes 3, Vers 36, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Aber warum? Was hat er davon, dass er mich beobachtet und sagt, so, ich schaue jetzt mal, was der Kleine da unten macht. Und ich entscheide dann über ihn. Himmel oder Hölle? Das heißt, ich stehe dann wirklich vor ihm. Weißt du, was das Problem ist? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass mein Gott irgendwann vor mir geht und zu mir sagt, Junge, du kommst in die Hölle. Ja, aber du hast doch sein Gesetz übertreten. Dafür müsste er dich doch bestrafen. Wusstet er das? Weiß er von vornherein, wie wir Menschen, dass wir Menschen Gesetze übertreten können? Natürlich, deswegen hat er den Herrn Jesus Christus geschickt, unseren Herrn und Heiland, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Denn Gott hat uns das ganz einfach gemacht, weil er uns liebt, hat er uns seinen geliebten Sohn gegeben. Und dieser ist für uns ans Kreuz gekommen, hat die Schuld der Menschen auf sich genommen. Als ein perfekter Mensch kam er auf diese Erde und hat alle Gesetze gehalten, ohne auch einmal nur einen falschen Gedanken zu haben oder gesündigt zu haben. Und das kann nur Jesus Christus. Auch im Koran ist er der Sündlose in Surin 19, Vers 19. Niemand ist sündlos außer Gott. Und Jesus Christus ist der Einzige, der sündlos war. Sonst haben alle gesündigt. Amen. Okay, und eine andere Frage, die ich mich oft selber... Das kannst du nicht leugnen. Du weißt, Jesus Christus ist der Einzige, der nicht gesündigt hat, laut Bibel und Koran. Was ich mich noch frage, Achtung, wie viele Propheten gab es insgesamt? Laut Allah gab es 124.000 Gesandte und Propheten, mit ihnen Bücher und Botschaften. Und laut der Bibel? Da war ich in der Lage, seine gesamten Botschaften und Bücher zu bewahren. Alle wurden verfälscht. Und laut der Bibel? Laut der Bibel, wie viele Propheten gab es laut der Bibel? Laut der Bibel gibt es, glaube ich, 40 Propheten müssen es sein, aber ich muss nochmal kurz gucken. Achtung, wenn du sagst 40 Propheten. Eine klare Frage, Amir. Gab es auch eine weibliche Prophetin? Nein. Warum, Amir? Warum nur eine? Warte ganz kurz. Verstehst du meine Frage? Ich versuche die Dinge, ich verstehe, ich glaube, ich fühle ihn auch, um Gottes Willen. Ich fühle Gott, ich fühle Allah, für mich ist beides gleich. Verstehst du? Ich fühle ihn. Aber warum waren es immer nur männliche Propheten? Weil der Gott das so entscheidet? Du wirst jetzt Gott anklagen, warum er das so... Ich habe gestern mitbekommen, wie du da im Live mit irgendeinem, der aber die ganze Zeit da rum mit dir diskutiert hat, ich glaube, das waren Moslems, da wurdest du auch ein bisschen laut und aggressiv, etc. Ich sage dir jetzt etwas, Amir. Ich denke mir, wenn Gott oder wenn Jesus in dir lebt, Brother, ich sage dir, dann hättest du gestern auch nicht so reagieren dürfen. Meine Meinung. Du bist ein Mensch, verstehe ich, ja, aber ich weiß nicht, ob das passt. Du kannst doch nicht von Jesus, Liebe, Frieden reden und gestern dann mit irgendeinem und wo es einfach nicht verstehen will und es nicht kennt. Er kennt es einfach nicht und er will es nicht. So reden. Habe ich dich zu irgendwas gezwungen oder was ist los mit dir? Was? Habe ich dich zu irgendwas gezwungen? Hast du irgendwas genommen oder was ist los mit dir, Mann? Wieso? Was erzählst du denn da? Wovon redest du? Du hast doch gestern mit dem Kollegen diskutiert gehabt, weil es nicht mehr in dem Live. Ja, was hast du denn jetzt damit zu tun? Wir haben über ein Thema gesprochen, was die Gewalt ausgelöst hat und zwar im Islam und wie der Islam sich verbreitet hat. Nein, du hast mich falsch verstanden, Arne. Du sagst, du redest von Gott, von Liebe. Wenn ich dich anrufe, entgegnest du mir mit Gott segne dich und deine Familie, finde ich alles top. Ich finde das ja gut. Achtung. Aber was ich mich dann frage, wenn das die einzige Lösung ist und wenn man uns das zu guten Menschen macht, warum hast du dann gestern zum Beispiel so reagiert? Heißt das, wenn ich zu Jesus finden würde, würde ich immer noch so sein, wie ich bin, aggressiv. Verstehst du? Verstehst du meine Frage? Auch hier und da mal fleischlich werden, das ist überhaupt gar kein Problem. Darum geht es nicht. Das Wichtigste ist, dass du eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast. Du siehst doch, ich hatte ein ganz anderes Leben geführt, als ich vorher geführt habe. Und jetzt führe ich ein ganz anderes Leben, als ich damals geführt habe. Verstehst du? Echt? Ich meine, jeder hat mal irgendein scheiß Leben geführt. Und jeder findet irgendwann zu einem Halt. Ich sage dir was, ich bin Trainer, Boxfabrik Mannheim. Zu mir kommen 250, 300 Jugendliche. Ich versuche jedem, also ein gutes Beispiel zu sein, indem ich offen und ehrlich mit denen über alles rede. Ich versuche denen Werte mitzugeben, wie wichtig es im Leben ist, Respekt miteinander, also gegeneinander zu zeigen, Liebe, Frieden. Ja, warum kennt der Islam sowas nicht? Respekt, Liebe, untereinander. Jetzt sage ich dir was, Amir, das was ich bin, habe ich doch auch ein bisschen meiner Kultur zu verdanken. Kannst du bitte aufhören, mit deinen Kopfhörern zu rauschen? Das ist übelst, Mann. Das, was ich bin oder wie ich bin, habe ich doch auch irgendwie meiner Kultur zu verdanken. Eventuell vielleicht auch der Religion, ich weiß es nicht. Ich meine, ich war in so vielen Ländern durch die Arbeit damals und egal welches islamische Land ich besucht habe, Amir, keiner war so herzlich zu mir, abgesehen jetzt von der Art und Weise, wie sie sind, was sie machen, was sie denken. Achso, aber dass Deutschland, die ein Zuhause bietet, die ein Zuhause bietet, die ein Zuhause bietet, die ein Zuhause bietet, die 250 Leute hier entrichten darfst, dass du eine Zukunft hier aufbauen kannst, das willst du also dann beiseite legen, ne? Habe ich doch gar nicht gesagt. Ich sage dir nur. Aber wie du gerade einen Vergleich zum Beispiel. Passt doch rein, ich passe doch hier rein. in islamischen Ländern war, die sind alle viel, viel besser. Ja, wenn das viel, viel besser ist. Nein, nicht viel besser, Amir, die sind herzlich, sage ich. Herzlich ist ja okay, wenn die herzlicher sind und die Leute hier scheiße sind, was suchst du dann hier? Aber du verstehst das nicht, guck mal, du verstehst mich nicht. Ich sage dir nur, in Ländern, wo ich war, muslimische Länder, sind doch die Menschen herzlich, die sind, die waren mir gegenüber nie schlecht. Hier auch nicht. Es gibt aber auch in islamischen Ländern Leute, die dir gegenüber schlecht sind, genau wie es überall Menschen gibt, die dir schlecht gegenüber sind. Das hat mit dem Menschen zu tun, nicht mit dem einen oder anderen Typen, der aus irgendeinem anderen Land kommt. Das ist immer der Mensch. Amir, das hast du sehr gut gesagt. Das hat mit dem Menschen zu tun. Ja. Also du siehst doch, hier in Deutschland gibt es Leute, die am Bahnhof stehen und den Leuten zuklatschen, so nach dem Motto, ja, schön, dass ihr gekommen seid. Amir, darüber brauche ich mit dir überhaupt gar nicht. Schreibt mir ein islamisches Land, wo die Leute dort stehen und die Leute so begrüßen mit Teddybär und komm hier rein und bitteschön 5.000 Euro, komm mit ganzer Familie, Kindergeld, bitteschön, komm. Wo gibst du was auf der Welt? Genau, und jetzt ist die Lösung, wenn du, ja, verstehst du, was ist genau, genau. Und ich frage mich immer, verdammt nochmal, was ist die Lösung? Warum erwähnst du das denn nicht mal, was ich dir gerade eben gesagt habe? Erwähne ich dir gern. Warum, warum ziehst du nur ein... Ich habe mal gehört, was der Helmut Schneider damals... ...länder, wo du jetzt hingekommen bist oder hingereist bist, dass sie so herzlicher sind. Aber hast du zum Beispiel das nicht gesehen, was Deutschland zum Beispiel getan hat? Ich sag doch... Hattest du das auch mal wenigstens angesprochen? Ich wollte doch nicht, dass die hätte... Amir, ich bin hier geboren, habe einen deutschen Pass, ich habe hier alles, alles mitgemacht. Ich habe die Schule besucht, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe meine Weiterbildung gemacht, ich habe hier meine, ich habe meine Arbeit, ich verdiene in Deutschland Geld, ich bin zufrieden in Deutschland, ich bin glücklich. Verstehst du? Ich bin glücklich. Wenn du mich fragst, was bist du, Deutsche oder Türke, würde ich eher sagen, ja, ich bin so zwischendrin, ich bin beides, ich kann auch beides. Ich bin ein Mischling. Ja, von mir aus bin ich ein Mischling. Alter, was ist denn so? Ich bin nicht ein Mischling. Dann bin ich halt... Mein Vater hätte ja auch deutsch sein können oder sonst was und meine Mutter Türke, ist ja egal. Weiß, was ich meine. Aber, was ich dir sagen will, ich... Ja, ich sehe den Unterschied, ich erkenne den Unterschied. Ich habe auch schon viel Diskussion. Weißt du, ich werde oft gefragt, hey Dennis, bist du Moslem? Ich sage dann immer, ja, bin geboren als Moslem, aber, Amir, ich fluche, ich bete nicht, ich in bestimmten Situationen reagiere ich vielleicht nicht so, wie ich reagieren sollte. Ich, keine Ahnung, ich faste nicht, Amir. Verstehst du, ich kann ja nicht elf Monate lang auf die Kaka und dann einen Monat lang fasten. Das passt ja auch nicht miteinander. Entweder bist du schwanger oder du bist nicht schwanger. Mittendrin gibt es nicht, oder? Ja, also warum sagst du denn, dass du Moslem bist? Dann brauchst du gar nicht zu... Nein, also, dann frage ich die, hey, jetzt frage ich dich, bin ich Moslem? Viele sagen, Gott entscheidet. Ja, okay, aber... Aber ich habe damit keine Probleme, verstehst du, Amir? Okay, habe ich verstanden, aber die Tat von gestern, was passiert ist, ist das islamisch oder unislamisch? Hey... Was sagst du? Wollte ich dir was sagen? Ich lebe in Mannheim. Ich wollte gestern noch in die Stadt um elf Uhr mit meiner Frau und mit meiner Tochter. Ich wollte da hin. Ich parke auf dem Marktplatz, da ist eine Tiefgarage. Verstehst du, Amir, was wäre passiert, wenn ich in dem Moment hochkomme, die Treppen, das ist genau der Stand und dann so eine Kacke sehe. Und ich kenne mich, Amir. Ich wäre bestimmt hingerannt. Ich weiß es nicht. Ich wäre bestimmt hingerannt. Aber, Mann, Alter, was stimmt denn mit dem Menschen nicht, dass der sowas macht? Abgesehen davon, manchmal denke ich, bestimmte Sachen müsste Deutschland so langsam mal verbieten. Guck mal hier, jemand schreibt, Amir, ich will deinen Kopf so... Ja, Amir, dich will ich auch mal was fragen. Jetzt mal ganz ehrlich, Amir. Jetzt mal ganz... Hast du keine Angst an Mannheim? Wovor soll ich denn Angst haben? Du siehst doch, was passiert. Komm, hör auf, wenn wir alle in Angst und Schrecken versetzt werden, ist... Aber du bist ja, du pokerst je höher wie ich, wenn du sagst, wenn wir... Ich frage dich ja, du pokerst ja höher. Wir sitzen am Pokertisch, ich pokerst tief, aber du pokerst ja... Oh, du pokerst ja richtig hoch. Ich habe ja auch Pocket Rockets immer. Ich habe auch immer zwei Assam am Start. Stehst du? Weißt du, ich habe jetzt mal die Bibel geschenkt bekommen von meinem Kumpel. Das ist so ein Schlachter. Ich versuche es zu lesen, ich versuche es zu verstehen. Ich wünsche mir von Gärten nicht. Ich lese auch den Koran, ich versuche beides zu verstehen. Weißt du, es gibt Ozeane, es gibt Meere, es gibt Rhein, es gibt den Neckar, es gibt was weiß ich was und alle bestehen aus einem... Was gibt es Nigger? Alles besteht aus Wasser. Es gibt Nigger? Rhein, Neckar, habe ich gesagt, den Rhein, den Neckar... Achso, Neckar. Den Neckar, Mann. Achso, weil du Slang sprichst, kannst du das K, sagst du ein Neckar, also G. Neckar, verstehe, den Main gibt es ja und alles hat zwar einen anderen Namen, aber alles besteht aus Wasser. Und so sehe ich die Religion. Okay, danke dir, Boxfabrik. Gott segne dich und deine Familie. Danke, dass du da warst. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Hey, Amir, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hey, ich bin einfach nur so spontan reingekommen, ich wollte jetzt nichts Großartiges sagen, aber Bruder, ich wetschätze auf jeden Fall deine Arbeit, mach das weiter im Namen Jesus. Ich wünsche dir das Beste, Bruder, ich gehe schon wieder raus. Okay, Gott segne dich in deine Familie. Gott segne dich. Hallo, Amir. Boah, was für ein gut aussehendes Bild du hast, heftig. Wer ist der Junge? Ich frage, wie du mein Profilbild findest. Heftig, der sieht sehr gut aus, dieser Junge. Ehrlich? Ja, finde ich schon. Wie bist du denn an so viele Abonnenten gekommen? Achso, Bruder, ich habe früher deine Clips hochgeladen. Heftig, das kann doch nicht wahr sein. Der hat sich einfach durch mich voll die Follower gesammelt. Ja, Bruder. Auf deinen Nacken. Es ist auf meinen Nacken, ey, guck dir das mal an. Okay, Bruder, danke, ich wollte nur das sagen. Ja, okay, dann tu mir wenigstens einen Gefallen und lies mal wenigstens einmal die Bibel, ja? Oh, die Hurensohn. Bruder, nein, tut mir leid, Sommercuzeng, sorry. Ja, so repräsentiert man den Islam. Amir, ich bin kein Muslim, ich liebe dich, ne? Sommercuzeng, ihr seid keine Muslim. Ich schaue deine Videos immer. Okay, Gott segne euch beide, trotzdem. Leila, komm, hör auf mit Alekrim, bitch. Du siehst aus wie eine Kaffeele und sagst zu mir, ich war niemals ein Muslim. Schämst du dich nicht? Schämst du dich nicht, Leila, hier reinzukommen und sowas zu sagen? Du siehst aus wie eine Ungläubige oder was gegenüber deiner Religion? und sagst zu mir, ich war niemals ein Muslim. Schau dir das mal an. Es ist einfach nur noch peinlich, peinlich. Ja, es ist zu viel Alekrim, bitch, genau. Siehst du, die Leute sind schon gut geübt. Hallo, wie geht's? Gut, und dir? Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Oh, immer diese Muslime, die machen immer nur Ärger, jeden Tag. Ja, sie machen auf der Straße, das gibt's doch nicht. Ja, was sollen wir denn mit denen machen? Was meinst du, was wäre die Lösung? Alle abschieben. Aber du bist doch Muslim. Ich bin schon abgeschoben. Ich bin schon weg, die anderen sollen auch raus. Wenn ich nicht da sein darf, dann alle kommen. Ist das heftig, ey. Du siehst richtig aus wie ein Sheet hier. Ich glaube, in Sheet, die dürfen ja Takia machen. Ich glaube, du machst Takia, Alter, in deinem ganzen Leben, ja? Ach ja, genau, ich mache Takia. Takia, ich esse diese Takis, genau, Takis. Nur um die Muslime. Okay, Herr, lieber Gott, segne dich und dann einfach ein Abo-Valid. Levento. Hallo? Hallo? Hört man mich? Ja, mein Herz. Jetzt noch besser. Ja, ich habe einen Föhn ausgemacht, deswegen. Ich wollte mal was fragen. Und zwar, wie siehst du das? Ich bin als Moslem geboren, aber, wie soll ich sagen, auch nicht mit ihm aufgewachsen. Weißt du, was ich meine? Und ich bin die ganze Zeit am Überlegen, was ich am besten tun soll, laut deiner Meinung nach. Ich kenne mich über den Islam nicht aus und auch nicht über das Christentum. Meinst du, ich soll mich einfach informieren oder wie soll ich das machen dann? Ja, ich empfehle dir auf jeden Fall, das Neue Testament zu lesen, dass du anfängst, den Herrn Jesus Christus kennenzulernen und schaust, was er für dich am Kreuz getan hat. Diesen ganzen Weg, den er für dich getan hat aus Liebe oder gegangen ist. Verstehst du? Dass du das Neue Testament zur Hand nimmst und dir mal Zeit nimmst dafür, um Jesus Christus kennenzulernen. Und wie weiß ich jetzt, was das Neue Testament ist oder das Alte? Das Neue Testament fängt ab Matthäus' Evangelium an. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und dann geht es weiter mit den ganzen Briefen an die Gemeinden, Römerbrief, Apostelgeschichte und so weiter und so fort. Achso, ja, okay, ich wollte nur das fragen, Dankeschön. Gott segne dich bei der Wahrheitssuche, ich bete für dich. Dankeschön, tschüss. Gottes Segen, tschau. Clips. Der verteilt Clips. Ist das nicht so Slang-Sprache für Kugeln? Clips? I put Clips on him. Ah, mir sagt Macheteuelsen wie damals im Video, genau, Macheteuelsen. 1905. Amir, grüß dich, mein Bester. Grüezi, Mr. Tuntzi. Bruder, lang nicht mehr gesehen, ja. Hab dich schon vermisst, sag dir ehrlich. Was ist das? Bist du Türke? Galater Sareis oder sowas? Ja, ja, ich bin Türke. Okay. Was hast du denn, was musst du denn wissen? Boah, ich wollte einfach nur nochmal deine Stimme hören, in einer Konversation mit dir sein. Du weißt ja, dein Bart, ich liebe ihn einfach. Willst du reinbeißen, ne? Ja, will ich reinbeißen. Okay, mein lieber Gott, du bist in deine Familie. Mach's gut, tschau. Willst du reinbeißen? Das darfst du nicht. Kriegst du eins in ihr Gesicht? Hm? Hallo, Amir. Hallo, mein lieber Gott, der ist schon deine Familie. Ja, dich auch. Amir, ich sehe, dir geht's gut, aber ich frage mich wirklich, wie schaffst du das? Du musst dir so oft irgendwelche hasserfüllten Kommentare anhören. Ja. Ganz viele, also das ist ja, wie machst du das? Wie verarbeitest du das? Der Herr Jesus Christus hat ein Anliegen, ihn mehr zu fürchten und der Geist Gottes in uns stärkt uns ja auch bei unserer Mission für den ganzen Wahnsinn. Also das ist wirklich beneidenswert, wie du das alles so schaffst und vor allen Dingen das alles auch so aufgelebt. Und weißt du, dass du das eigentlich schon in die Bild-Zeitung geschickt hast, geschafft hast, ohne was dafür zu tun? Oder zumindest, was heißt, ohne was dafür zu tun, du tust ja sehr viel dafür. Aber weißt du, was da über dich drinne steht? Hm, wie geht der Artikel noch weiter oder was? Nee, 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 da steht drin, also da ist das so ein Typ, der feiert die Tag von gestern, ne? Und dann schreibt der so, ja, ich schicke Brot, ich schicke Essen, ich schicke Geld, ich schicke alles in den Knast, wenn mit Ex-Muslimen einer das Gleiche macht. Und mit Ex-Muslimen bist wahrscheinlich du gemeint. Hallo, ich höre dich nicht mehr. Oh, sorry, ich war auf Sturm, deshalb habe ich nicht gehört. Aber ich höre dich nicht mehr hier, Amir. Ich habe doch gesagt, ich muss ganz kurz mal was machen. Moment, ich habe doch Sorge gemacht. Moment. Ja, du kannst dich wieder entstummen. Ja, und du fragst auch die meisten, ob die Tat gestern was mit dem Islam zu tun hat. Natürlich hat die Tat gestern was mit dem Islam zu tun. Das liegt doch auf der Hand. Weil Allah gibt ja die Garantie, wenn ein Moslem ein Ungläubigen das Blut verspritzt, also Nackentherapie macht, dass er dadurch die Garantie bekommt, in den Himmel zu kommen. So ist das. Oh, danke schön. Die Muslime werden von Allah und seinem Propheten angestachelt zu unglaublichen Taten. Ja. Und da sagt der Koran ja auch in Surah 8, Vers 65, dass der Mohammed die Gläubigen anspornen soll zum Kampf. Und die Muslime werden auch niemals aufhören zu kämpfen, weil der Koran sie dazu aufruft. Niemals, wenn sie aufruft. Ja, und ich frage mich so langsam, wie das hier in Deutschland enden wird. Ob wir wirklich nochmal den Bürgerkrieg bekommen oder wo unser Weg hinführt. Weil, ja, wenn das so weitergeht, sieht für mich alles danach aus, dass das früher oder später passieren wird. Ja. Ja. Es wird früher oder später dazu kommen, dass die Muslime dafür benutzt werden, um die neue Weltordnung anzutreiben. Das ist das. Dankeschön. Du sagst es. Migration wird ja in meinen Augen dafür benutzt, um Deutschland oder Europa unregierbar zu machen. Und die wissen ja auch, oder man sagt immer, die Politiker sind dumm. Warum wissen die das nicht, dass das nicht gut geht? Die Politiker wissen ganz genau, was sie tun. Das wird nämlich extra gemacht mit der Migration, weil die wissen, Islam und Christentum passt nicht. Und die nehmen es einen Kauf, das hier im Bürgerkrieg passiert, weil sie dann die krassen neuen Gesetze und die Menschheit versklaven können. Genau. Das Prinzip heißt Ordo ab Chaos. Schaffe Ordnung aus dem Chaos. Dieses Chaos muss entstehen, damit die neue Weltordnung entstehen kann. Verstehst du? Das ist das. Ganz genau. Ganz genau. Und dass wir uns... Es wird dann ein Polizeistaat errichtet mit unfassbar grausamen Regeln. Und ja, die Muslime sind der Vorreiter für dieses Ganze. Die werden dann halt der Elite dazu helfen. Weil die ja diejenigen sind, die bereit sind. Du weißt schon. Hast ja gesehen, was mit Stürzenberger passiert. Ja, ja. Das ist auch in den Kommentaren. Die zeigen ja ihre Gesinnung. Und die Elite denkt sich so, boah, was für ein gefundenes Fressen diese Leute sind. Wie genial. Wie cool. Denken lassen. Wahnsinn. Ich habe gestern auch gedacht, mit der Tate habe ich so durch TikTok gescrollt und dann ging es dann immer so, hoffentlich hat Stürzenberger nicht überlebt und hoffentlich stirbt er. Ja, dann schreiben die Leute, AfD, AfD, wir müssen alle raus. Und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, was für ein Hass schon in diesem Land hier existiert. Was für ein Hass. Es dauert nicht mehr lange und die Eliten, die haben das, was sie wollen. Ja, wie Samuel Huntington gesagt hat, der Clash of Civilization. Was heißt das? Ja, der Zusammenbruch der Zivilisationen und dieses Aufeinandertreffen der Zivilisationen. Ach so, ja, ja, absolut. Das ist alles Wahnsinn, was hier passiert. Das ist dann auf die orientalische Zivilisation. Das ist krank. Ja, ja, sehr krank. Na gut, Amir, wollte ich nur mal kurz loswerden. Mach auf jeden Fall so weiter. Ich schließe dich in meine Gebete ein und lass dich nicht unterkriegen und nicht abwacken irgendwie. Gottes Segen. Ciao. Ciao. Grüß dich, Amir. Grüß dich, Micha. Alles gut. Pass auf, ganz kurz. Ich halte nicht so lange Zeit. Bitte? Du bist mein Land, du bist Iraner, ne? Ja, ja, ich bin Iraner. Wir haben uns schon mal unterhalten. Ich habe gerade mal ein Video gepostet, wo der Tube dein Name erwähnt. Richtig. Ich würde das gerne, bevor das gelöscht wird, weil zweimal haben sie diese Video gelöscht von TikTok. Dass sie dann alle sehen, vielleicht haben sie viele ja nicht gesehen, die die auf deine... Alle haben das gesehen, haben wir die dann nicht. Alle haben das gesehen. Das ist komplett viral gegangen. Alle haben es gesehen. Ja, und heute gab es auch bei uns auch Schießereien. Ich weiß nicht. Geh mal ein, geh mal bei Google ein Bild und dann erste Artikel direkt auf Hauptseite. Ja, heute gab es auch bei uns Schießereien, ne? Einer hat Waffe gezogen, ja, ja, sieben Leute abgut. Ja, ja. Okay. Was war denn da los? Wo weißt du eventuell davon irgendwas? Er hat seine schwangere Frau im Kopf geschossen und noch sechs Leute sind verletzt. Das heust du ja, die Sirene. Heut ihr das? Deutschland. Das läuft den ganzen Tag. Wo hat mir die Waffe überhaupt, der Typ, wie locker man so an Waffen drankommt. Auch die Leute, die mich damals vom Islamischen Staat verfolgt haben, die hatten alle Dings, ne? Alle. Die sind alle bewaffnet. Pass auf, das Problem ist, ich habe das um neun Uhr morgens, äh, habe ich... So, dass so viele Politiker... Bist du noch... Du hast dich jetzt momentan, muss jetzt Anruf gehen. Ja, 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 ich habe einen Anruf bekommen, habe ich weggedruckt. Um neun Uhr habe ich gesehen, da fahren die so viele Streifen. Ich habe erst gedacht, dass die Synagoge angegriffen wurde, ne? So ein Attentat, weil das haben wir schon mal hier gehabt. Und dann war es nicht, dann, äh, kommt jetzt um neun Uhr, dreißig, zehn Uhr eine Frau zu mir bei der Arbeit und sagt, ja, äh, ist die ALP, ist gesperrt? Ich sage, woher soll ich das denn wissen? Ja, da hat jemand, äh, im Frisurladen geschossen. Und dann habe ich sie so angeguckt. Ich sage, ist das dein Ernst um diese Uhrzeit? Ja, ich habe selber gesehen, er hat die Waffe rausgeholt und hat einfach da reingeballert. Zwei Frauen sind tot. Ich so, okay, habe ich gedacht, ich wünsche ihm einen schönen Tag, weil ich dachte, ich nehme dich auf den Arm, ne? Dann habe ich mir ein bisschen nachgedacht. Ich sage, so viel Polizei-Auto, kann sein, dass das stimmt, ne? So ein Zusammenhang. Dann habe ich mehrere Leute gefragt, keiner wusste was davon. Niemand. Ja, und dann, circa eine Stunde später, dann ist wie so eine Bombe explodiert in der ganzen Stadt. Und dann hieß es, ja, der Typ ist auf der Flucht und vermeiden sie auch den Innenstadt. Und da war eine Polizei, äh, große Aufgebot. Genau. Wahnsinn war heute, was da los war. Ja, und seine Frau ist tot. Der Typ ist auf der Flucht und ist bewaffnet, ne? Das ist so krass. Da sind aber mehrere Leute, ne? Das ist nicht einer. Das sind mehrere sogar. Ja. Gleichzeitig war auch in Bremen ein Messersticherei. Leider sind auch bei Leuten aufgeschlitzt wurde. Bremen auch? Ja, ja, das hat einer gepostet und das Video wurde auch gelöscht. Genauso wie ich das gepostet habe. Äh, Wahnsinn, was da ab. Ich habe das jetzt bei mir gepostet, kannst du nachher gucken, wenn du möchtest. Da ist es auch in Westfalen, Posten und Uwe Aal. Erstmal, ich wusste selber auch nicht, wie viel das sind. Köln hoch. Köln auch, gestern? Gestern war Mannheim, vorgestern war Köln. Vorgestern war Köln, gestern war Mannheim, heute ist Hagen, Bremen. Was ist denn los in diesen paar Tagen? Das ist ja Wahnsinn, Mann. Ja, und ich denke mal, kurz vor dem EM, beziehungsweise im EM, das wird ja ordentlich knallen. Also ich wurde jeglichen Ort, wenn mehrere Leute... Genau, vermeidet, dass Leute, geht nicht zu solchen großen Veranstaltungen und sowas. Bleibt lieber daheim bei euren Familien. Hört auf, zu großen Veranstaltungen zu gehen. Ihr wisst nicht, ob Leute dann auf einmal zücken und in dieser breiten Masse auf einmal loslegen. Versteht ihr? Heute Morgen um 10, 11 Uhr in der Stadt war voll, ne? Auf einmal, die Leute, zack, sind alle verschwunden. Siehst du, wie das voranschreitet? Die Sicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden irgendwann und dann wird die neue Weltordnung eingesetzt. Gesetze werden erlassen, unsere Freiheit wird eingeschränkt und wir werden nur richtig wie Sklaven werden. Heftig. Du kannst auch jetzt nicht mehr unterscheiden, wer wer ist. Das ist das Problem. Verstehst du, okay, die haben wahrscheinlich jetzt familiäre Probleme gehabt, dass er seine eigene Frau erschossen hat. Naja, wir wissen ja nicht, was gerade der Grund im Hintergrund ist. Aber momentan, seit was gestern abläuft, du kannst, du musst wirklich mit sechs Augen auf die Straße gehen. Okay, Bijan, danke dir, ne? Ja, pass auf dich auf, Ami. Ciao. Ciao. Ahmad. Servus. Servus. Hallo. Sauus. Prost. Hallo. Yo. Ex-Maus-Läm. Hallo. Tschüss. Servus. Nachbar hat geklingelt, Entschuldigung. Achso, alles gut. Wie geht's dir? Al-Kurdi hat geklingelt. Der wollte ein bisschen seine IS-Propaganda bei mir vollziehen. Stark. Amir? Al-Kurdi nie vergessen. Amir? Ja. Was haben deine Eltern, du hattest gedacht, als sie herausgefunden haben, dass du im Christentum kam, wie du tät bist? Al-Kurdi, ich beantworte sowas nicht mehr. Komm, bitte auf mit dem Quatsch. Bitte, bitte, bitte. Ich dachte, sie holen dich. Nein, nein, nein. Hallo, mein lieber Gott. Nicht viel als einen geraubt, oder was? Warum redest du so, als hättest du irgendwelche Zeugs zu dir genommen? Nein, das wollte ich nicht hören. Man hört ihn nicht, wie? Man hört es nicht. Ich habe ihn gefragt, ob er was genommen hat. Und er sagte, ja, natürlich, ich bin doch Moslem, sagte er. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's, Al-Kurdi, mein Bester? Alles gut bei dir? Gott segne dich für deine Familie. Wie läuft's? Leben. Was geht's? Was geht's? Alles. 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 Du kannst dir irgendwelche Fragen stellen, oder wir reden über etwas ganz anderes. Was hältst du? Also, die Attacke in uns, was geht's? Mannheim, findest du, also findest du das islamisch gerechtfertigt? Absolut. Ja, der Islam ruft ja dazu auf, ne? Das sehen wir durch Mohammeds Leben, der Koran und die Sira und alles mögliche, ne? Also findest du, die Muslime sollten jetzt auf die Straße gehen und Menschen töten? Natürlich nicht. Wir reden davon, dass der Islam den Muslimen die Legitimation gibt, Islamkritiker auseinanderzunehmen. Das ist doch klar. Findest du das? Dass die Muslime das machen sollen? Nein. Auf keinen Fall. Die Muslime sollen umkehren und zu Jesus Christus finden. Findest du, ob er ist ein Stützenberger? Findest du das ein guter Mann gewesen? Ob er gut ist, schlecht ist, lass mal dahin gesagt. Aber du kannst doch nicht hingehen und den Mann einfach abmurksen, Mann. Zeig mir mal einmal, wo er irgendjemandem auch nur ein Haar gekrümmt hat auf irgendwelche Demonstrationen oder auf irgendwelche Kundgebungen. Das ist doch Quatsch. Die Muslime wäre die Polizei nicht, da wäre er schon längst umgelegt worden. Auf jeden Fall. Da hast du recht. Siehst du, wie die Muslime sind? Auch noch hier in der Minderheit, wie lautstark sie auf einmal werden. Verstehst du? Und viele Menschen auf einmal voll Angst haben vor den Muslimen. Das ist krass. Ja, was passiert denn dann, wenn auf einmal die Muslime die Mehrheit bilden? Was passiert denn dann? Dann verkriechen die sich alle noch in der Wohnung. Ja, aber ich sage dir so, dafür ist eine bestimmte Gruppierung verantwortlich. Wir wissen noch, du weißt auch, Amir, wer dafür verantwortlich ist. Was? Und wer denn? Die Muslime im Allgemeinen? Nee, wer hier für diesen ganzen Fehrlefant verantwortlich sind, dass so viele Leute aus dem Ausland in Deutschland ist und Europa jetzt langsam eingenommen wird. Du weißt auch, wer dafür verantwortlich ist. Du bist auch kein dummer Amir. Du weißt auch selber, wer steckt denn hinter diesem Ganzen? Kommst du doch auf. Fängt mit dir an. Mein Lieber, mach dir Gedanken über deine Ewigkeit. Das ist das Wichtigste. Wenn du in den Tod gehst ohne Jesus Christus, wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. Ob der Teufel diese Menschen hingebracht hat, ob Gott diese Menschen hingebracht hat. Dieses Land wird sowieso den Bach runtergehen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es hier ausbricht. Du, aber falls dir was zustößt und du auf einmal ohne Jesus Christus in den Tod gehst, wirst du für alle Ewigkeiten verloren gehen. Willst du das? Auf gar keinen Fall. Deswegen solltest du dich mit deinem Schöpfer beschäftigen und zwar mit der Bibel. Und da wirst du die Liebe Gottes in Jesus Christus finden. Amen. Also im Neuen Testament jetzt oder im Alten? Im Neuen Testament. Sofort lesen und Gemeinschaft haben mit Jesus Christus und die kennenlernen. Aber ich habe ein bisschen Angst vor Jesus. Du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst eher Angst zu haben vor ihm, wenn du vor ihm stehst, ohne ihn angenommen zu haben in diesem Diesseits. Dann ja. Was passiert dann? Für alle Ewigkeiten verloren gehen. Du gehst dann an den Ort, wo du dann abzahlen musst. Und zwar ganz, ganz böse. Ganz böse. Ich meine zur Hölle jetzt. Ja. Ich dachte, was passiert denn da? Da passiert das hier. Guck mal ganz kurz. Ja, okay. Das passiert dann, Milad. Da wirst du für alle Ewigkeiten dann da sein. Ey, Bruder. Das ist so hart, Alter. Du hast aber Geduld. Ja. Ich kann nicht. Nicht mal ein normales Gespräch. Einfach nur so. Was passiert? Bruder, was machst du hier? Ey, ich kann nicht mehr. Ja. Ich kann nicht mehr, Bruder. Bei aller Liebe, aber. Bei aller Liebe. Warte mal. Ich mach kurz hier meine Cam an. Ey. Mir kommen die Tränen fast, Bruder. Gottes Segen erstmal. Gottes Segen, mein Lieber. Bruder, das ist aber hart, ja. Das ist schon hart. Aber was meinst du? Meinst du jetzt so? Wollen die dich ärgern, ne? Machen die das, um dich zu ärgern oder so? Einfach wirklich aus Zeitverträgen? Ich weiß es nicht. Manche kommen hier rein, um so rumzutrollen. Aber manche sind auch wirklich ehrlich hier drin, um irgendwas dann zu wissen. Das ist das. Und manchmal habe ich auch immer einen Nerv. Und wenn es in welche Richtung geht, dann habe ich gar keinen Nerv mehr. Ehrlich. Ich muss sagen, der gerade, der war wirklich, der war schon derartes Humor, Bruder. Derartes Humor? Wirklich, das war, der gerade, der war sehr lustig. Der war sehr lustig. Ja, Bruder, Dings, was wollte ich sagen? Ja, ich wollte vorhin schon, bei mir im Chat, die haben geschrieben, ich soll bei dir live kommen und es hat irgendwie nicht geklappt. Ja, ich war kurzzeitig bei dir, aber du hast das ausgeschaltet für Anfragesenden. Okay, das kann sein, weil ich gehe jetzt aktuell über den Rechner live und da habe ich noch nicht alles so durchblickt, weißt du? Also. Ja, ist ein bisschen kompliziert. Aber sonst, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Ich lebe noch, darf einen Livestream weiterhin abhalten und den Menschen von Jesus Christus erzählen und den Islam auf den Boden der Tatsachen holen. Amen. Amen. Ja, Mann. Bei mir, ich habe gerade ein bisschen den Leuten auch mein Zeugnis gegeben. Ich dachte mir... Das ist auch sehr, sehr stark zum Glauben gekommen, ne? Heftig. Ja, aber Gottes Segen, Gott sei Dank, muss man sagen. Das ist ja durch die Gnade des Herrn. Ich habe eigentlich nichts dafür getan, weißt du, außer halt Ja zu sagen. Sehr gut. Wo ist das? Deswegen sage ich dir, es ist ganz einfach zu Jesus Christus zu kommen. Er nimmt dich an, so wie du bist. Und zwar in Liebe und Gnade nimmt er dich an. Und er bietet dir auch die Gnade an. Das ist das Schöne. Ja, Mann. Deswegen. Also ich würde auch gerne, wenn du erlaubst, ne? Weil hier ist ja gerade auch deine Community. Aber ich würde den Menschen vielleicht gerne mein Zeugnis geben. Ja, klar. Gerne. Ja. Gern dir dein Zeugnis geben. Weil, äh... Ja. Das sieht nicht gleich aus. Ich muss halt vorher auch sagen... Warte. Moin sie, Männer. Ja, erstmal euch allen Gottes Segen. Ja, ihr seht schon. Hier auf dem Hoodie steht fast Jesus. Ja. Amen. Ich kann euch sagen, ich habe Gott lange Zeit nicht vertraut. Und habe auch lange Zeit gar keine Beziehung mit ihm geführt. Ich wusste auch gar nicht, wer Gott wirklich ist. Ich hatte keinen, äh, richtigen Draht zu ihm. Meine Familie war immer schon so, dass sie gebetet hat und, äh, auch zur Kirche ging. Aber bei mir, ich habe mein Leben sehr, sehr weit davon getrennt. Weil ich, ähm, ja, ich habe irgendwann mich dazu entschieden, so ein Straßenjunge zu werden. Ja, durch vielleicht Gangsterfilme. Durch auch vielleicht ein bisschen, äh, ja, Lifestyle, wie man aufgewachsen ist. Vielleicht Armut und so. Ich kann dir gar nicht ganz genau erklären, wann die Entscheidung war, dass man sich so in die Straße verloren hat. Aber ich habe ein Leben auf der Straße geführt, was letztendlich, äh, dazu geführt hat, dass ich viel Gewalttaten auf der Straße vollzogen habe. Drogen verkauft habe. TikTok sportlich, äh, und, ähm, selbst konsumiert habe. Ich habe, ähm, viele Sachen gemacht. Überfälle, Einbrüche, eigentlich alles, was man mitnehmen kann. So Autos klatschen und so Sachen. Äh, dass ich letztendlich auch zu zwei Jahren und elf Monaten, äh, Knast inhaftiert wurde. Und, ähm, das ist halt so, um einfach mal so zu sagen, wie tief ich eigentlich in der Welt war. Ähm, geplagt von Alkohol, Konsum und, ähm, viel, vielen anderen Sachen, unehelichen Beziehungen. Und, ähm, ja, auf der anderen Seite habe ich aber auch sehr, sehr viel Erfolg ernten dürfen, was halt, äh, mit der Musik angefangen hat. Ich bin mit der Musik sehr erfolgreich geworden. Es ging alles sehr, sehr hoch. Zuletzt war ich, äh, mit 187, ähm, auf der Obstrand 2 Tour. Wir waren in 15 Städten zusammen. Und ich bin mit 50 Cent, äh, in Hamburg in der Barclays Arena aufgetreten. Auch vor 11.000 Menschen haben gerade, äh, einen Soundtrack gemacht für Disney Plus Serie und so. Es ging halt einfach nur noch berghoch. Und nach der Tour mit der 187 Straßenbahn bin ich zuhause angekommen. Weil viele kennen die Jungs so, die stehen für Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und irgendwie habe ich gedacht, das ist der Lifestyle, das ist das, wonach man, wonach ich irgendwie gestrebt habe. Auch, ähm, warum man ja die Musik irgendwie noch erfolgreicher und noch erfolgreicher werden möchte. Und, ähm, genau. Und ich kam irgendwann nach der Tour, war ich zuhause und habe mich so dreckig gefühlt. So leer. So schuldig. Weil ich hatte ja auch eine Partnerin gehabt. Wißt du, wie ich meine? Und, äh, hab trotzdem so viele uneheliche Beziehungen und unehrliche Beziehungen auch gefühlt. So viel Drogen konsumiert. Und, äh, war dann zuhause. Und das Krasse ist, ich habe dann das allererste Mal aus meinem Herzen heraus gebetet. Ja. Und dieses Gebet, also wie das eingeleitet wurde, das ist eigentlich schon so das erste Wunder, muss ich sagen. Weil ich habe mich so schlecht irgendwie gefühlt und habe dann so Zeugnisse mir angeguckt. Ich erzähle jetzt hier so ein bisschen die längere Version, weil du hast auch mehr Reichweite. Weißt du? Kein Problem. Rede einfach. Rede einfach so wie du hast. Auf jeden Fall habe ich dann mir ein Zeugnis angehört von einer Frau. Sie hat so, äh, erzählt, sie ist aus der Esoterik gekommen und Jesus Christus hat, äh, ihr Leben verändert. Jesus Christus hat sie gerettet. Und natürlich, es klang für mich voll interessant, weil ich wusste nicht mal, was Esoterik ist und so. Dann hat sie halt im ersten Teil vom Video hat sie so erzählt, was sie alles gemacht hat, so an Esoterik. Sie hat so Mantren beschworen, äh, fünfte Dimension und sowas, ja. Dass es alles Dämonen sind und, äh, alles böse Geister und dass es das wirklich gibt. Deswegen hat sie quasi an ihre Community das gerichtet, weil sie hatte ja irgendwie schon eine Reichweite auf YouTube gehabt mit diesem Zeug und wollte quasi diesen Leuten quasi auch Buße tun, ja. Um diese Leute zu warnen, zu sagen, ey, das ist nicht richtig, ja. So. Irgendwann ich dachte, okay, komm, ich mach das Video weg. Und dann sagt sie im Video, sagt sie so, du kannst jetzt das Video wegmachen oder du hörst noch zu, wie sich dann das Leben, äh, in meiner Familie entwickelt hat. Ja. Als ich Jesus angenommen habe. Sie sagt es aber im Video. Wir sind nicht im Live-Talk oder so, ja. Dann erzählt sie, wie ihre Familie, ähm, sie so verstoßen hat, weil sie jetzt Jesus in ihr Leben gelassen hat. Und wie sie dann Kämpfe hatte, auch mit ihren alten Leuten, die diese Mantren und so beschworen hatten, ja. Attacken, die haben die nächtlich verfolgt. Irgendwie Dämonen, Kämpfe und sowas, ja. Und, äh, ja. Irgendwann, ich wollte wieder wegmachen, weil ich war so müde, ne. Ich war richtig müde. Und auf einmal sagt sie so, du kannst jetzt wegmachen oder du lässt nochmal, dass ich für dich bete. Und ich spreche das Gebet so, dass du das mitbeten kannst. Und sie hat angefangen zu beten und ich habe schon einen Kopfhörer so weggelegt, damit ich auf einem Ohr schon so liegen kann, weil ich war so müde. Und sie betet und sie betet und ich habe so mitgesprochen. Und irgendwann merke ich so, dass ich jetzt aus mir selber spreche. Okay? Ich habe jetzt Sachen geredet, sie war gar nicht mehr dran. Ich habe also Sachen gesprochen und ich habe dann halt so gesagt, Gott, wenn es dich gibt und ich glaube schon, dass es dich gibt. Aber wenn du mir vergeben kannst, dann gebe ich dir mein Leben, dass du mich so veränderst, wie du mich haben wolltest. Also, ich wiederhole nochmal. Mein Gebet war, Gott, wenn es dich gibt und ich glaube schon, dass es dich gibt, aber wenn du mir vergeben kannst, dann gebe ich dir mein Leben, damit du mich so veränderst und zu der Person machst, die du haben wolltest, als du mich geschaffen hast. Und dann habe ich eine Stimme gehört. Und diese Stimme war so deutlich und so klar und sie hat mich gefragt, soll ich dir vergeben? Nur diese Worte. Und diese Worte, das war mit einer Autorität, aber auch mit einer Liebe trotzdem. Man kann das als Mensch nicht beschreiben, aber es war vertraut, aber trotzdem so autoritär. Es war nicht so, dass ich jetzt sage, ja, warte mal, was ist, wenn ich jetzt ja sage oder so? Weißt du? Sondern es war ganz konkret, soll ich dir vergeben? Und ich habe gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ich vergebe dir. Und mit diesen Worten, ich vergebe dir, kam durch meinen ganzen Körper so ein Gefühl, so eine Liebe, so eine Vollkommenheit, ja. Es war so, als wäre so ein Licht durch meinen Körper gegangen. Mein ganzer Körper hat vibriert. Meine Beine waren so am Kribbeln. Als wäre so mein, kennst du, wenn dein Arm einschläft oder so? Mhm. Aber so angenehm. Aber das war zu viel einfach für mich. Und ich saß so und ich mache so, wuuuh. Du bist so echt so, Bruder, was geht da weiter, ja? Das Gefühl war unbeschreiblich. Boah, boah, was ein Gefühl, ja. Es war so ein Gefühl, so ein vollkommenes Gefühl. Das Gefühl ist das, was ich heute als Liebe beschreibe. Weil ich sage euch, wir Menschen wissen gar nicht, was Liebe ist. Wenn du heute einen fragst, liebst du deine Frau, der sagt, ja, natürlich. Dann fragst du, und deine Mutter? Ja, ich liebe meine Mutter auch, aber nicht, wie ich meine Frau liebe. Und deine Kinder auch nicht, wie ich meine Kinder liebe, liebe ich meine Frau auch nicht. Meinen Jungs liebe ich auch anders. Wir machen aus Liebe etwas, was nicht vollkommen ist. Ja, genau. Aber Gott ist vollkommen und alles von ihm ist vollkommen. Vollkommene Wahrheit, vollkommene Liebe, vollkommene Gnade, Gerechtigkeit. Vollkommen. Und ich habe diese vollkommene Liebe und diese Eilmacht spüren dürfen, ja? Es war so, als hätte er mich umarmt. Oh, ne. Und ich habe dann dieses Gefühl, das war ja dann so irgendwie, das hat so wie Platz genommen, kann man sagen. Ja, das wurde immer so, hat sich so wie beruhigt ein bisschen, ne? Und ich gucke so nach links so. Ich sehe so, meine Frau ist so am Schlafen. Zu der Zeit war es noch meine Freundin. Mhm. So am Schlafen. Und ich frage so, Schatz, hast du gerade mit mir geredet? Sie sagt so, nein, warum? Ich sage, ja, ich glaube Gott hat mit mir geredet. Sie sagt so, was hat er gesagt? Einfach so. Was hat er gesagt? Weißt du? Wie gesagt? Ich sage so, er hat gesagt, er hat mir vergeben. Und dann sagt sie, ich glaube auch, dass er dir vergeben hat. Und da wird halt die ganze Sache sehr interessant. Weil ich habe nämlich so gedacht, ich frage sie mal, ob sie mit mir geredet hat. Weil vielleicht war das so, es gibt ja so luzide Träume oder sowas, ne? Habe ich schon mal gehört sowas. Dass irgendjemand in deinen Traum kommen kann und dir irgendwas sagt oder was. Und ich dachte, das war irgendwie so ein Ding. Aber dass sie jetzt sagt, ich glaube auch, dass Gott dir vergeben hat. Dann sagst du, hä, warum glaubst du das? Und ich gucke so auf mein Handy und sehe, wir haben vier Uhr morgens. Dann habe ich sie so gefragt, warum bist du überhaupt wach? Dann sagt sie, ja, ich konnte nicht schlafen. Ich musste die ganze Zeit an diese Geschichte denken, als du mit diesen Mädchen warst und so. Und dann habe ich gespürt, wie Gott quasi die Situation geschaffen hat, dass ich jetzt die Vergebung, auch bei meiner Freundin erfahren kann, quasi Buße tun soll, ja? Ihr beichten soll die Sachen, die ich gemacht habe. Und da sieht man, wie allmächtig gut Gott ist. Weil er holt nicht nur dich raus und lässt die alten Sachen stehen, weißt du? Sondern jetzt geht es um dein Vertrauen. Vertraust du ihm, dass er es gut macht? Dass auch, indem du quasi auch die Sachen beischtest, was du Schlechtes getan hast, du trotzdem diese lebendige Beziehung mit Gott haben kannst und es dir mehr wert ist, als in der Lüge zu leben. Ja. Und das war das quasi, was Gott mir in diesem Moment gezeigt hat. Weil sie hat mich jetzt gefragt nach einer Sache, was ich quasi seit längerer Zeit schon so verschwiegen hatte. Und dann habe ich halt gefragt, okay, was willst du genau wissen? Da hat sie halt gesagt, ja, du warst ja da auf dieser Hausparty und so. Armin, du musst mir sagen, wenn ich zu viel rede, kennst du das? Nein, nein, ich rede so. Auf jeden Fall hat sie dann gesagt, ja, du warst ja auf dieser Hausparty und da war ja dieses eine Mädchen und so. Was ist da passiert? Da habe ich halt gesagt, ja, wir waren alle da und so. Die war auch da. Letztes Mal habe ich gelogen. Die war wirklich da, aber da ist nichts gelaufen und so, ja? Das war die Wahrheit. Dann hat sie gesagt, ja, aber ich habe gesehen, die hat ihr irgendwie auf Instagram geschrieben und so. Und da meinte ich so zu ihr, kennst du, Frauen ist wie FBI, so. Ich weiß gar nicht, woher die das weiß. Weiß, ich meine, dass sie auf Facebook geschrieben hat. Aber ich sage, ja, die hat mir geschrieben. Sie sagt, ja, ich sage, ja, sie hat mir geschrieben. Sie sagt, ja, was wollte die denn? Ich sage, ja, ähm, warte, ich mache das mal kurz aus, ja, damit das nicht stört. Genau. Ich sage so, ja, ähm, die hat mir geschrieben und, ähm, die wollte mit ihrer Freundin ins Studio kommen und so. Und dann sagt die so, ja, und habt ihr euch dann nochmal getroffen? Und da war halt dann das Ding. Hätte ich jetzt ja gesagt, dann würde ich sagen müssen, was passiert ist dann. Weiß ich meine. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich habe die gerade gesagt, Gott hat mir vergeben und so. Jetzt fragst du mich so Sachen und dann, ah, ich bin aufgestanden und abgehauen. Und in dem Moment, wo ich diese Lüge, das war ja nicht mal richtig Lügen, aber im Herzen habe ich schon gelogen. Weiß ich meine. Und ab dem Moment, wo ich das getan habe, ist auch dieses Gefühl weggegangen. All das ist weggegangen. Ich bin im Wohnzimmer gewesen, ich habe die ganze Zeit überlegt, hat Gott mir jetzt vergeben oder nicht vergeben? Habe ich jetzt diese Vergebung erfahren oder nicht? Was war das alles? Ich kann nicht leugnen. Gott hat, weißt du? Ja, und das sind dann so ein paar Wochen vergangen. Dann kam irgendwie diese Clubhouse-App. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Amir. Es gab so eine App. Ich habe davon gehört, ja, die waren erstmal alle dort, ne? Die haben sich dort versammelt, diese ganzen Leute, die jetzt hier alle auf TikTok-Unwesen treiben, ne? Genau, genau. Es gab halt viele so da schon. Und auf Clubhouse gab es dann aber auch so ein paar Leute vereinzelt, die ein bisschen Bibelwissen hatten. Und dann habe ich einen gesehen, der hat so immer wieder so über die Bibel gesprochen. Aber der war halt eigentlich so einer, der ist so noch in der Welt, aber er war schon mal sehr nah an Gott. Weißt du, wie ich meine? Er kannte halt so viel, was Gott, also aus der Bibel, aber ist irgendwie wieder so abgefallen, kann man sagen, vom Glauben. Ja, oder hat sich einfach wieder mehr für die Welt entschieden? Auf jeden Fall. Er war jetzt derjenige, der jetzt Ahnung hatte, ja, den die Leute gefragt haben. Und dann habe ich ihn auch mal gefragt so, ja, ich merke so, du hast Ahnung von der Bibel und ich versuche immer so, die Bibel zu verstehen. Und ich schlage auf, ich lese nur ein, zwei Seiten, ich verstehe gar nichts mehr, weißt du? So, weil ich dachte, die Bibel muss man wie ein Buch lesen. Und er sagt so zu mir, ja, du bist noch gut dran, weil du verstehst nichts und baust scheiße. Aber ich baue scheiße und ich verstehe. Dann sage ich, ja, okay, alles schön gut, aber ich will auch verstehen, weißt du? Dann sagt er, ja, frag doch erstmal, wie man richtig betet. Und ich sage so, ja, wie betet man denn richtig? Dann sagt er, ey, heutzutage kannst du alles googeln. Also er wollte eigentlich nur nicht diese Verantwortung haben, mich jetzt in den Glauben einzuführen und was auch immer, weißt du? Mich so an die Hand zu nehmen, weil er selber nicht in diesem Weg gelaufen ist, ja? Okay, was habe ich gemacht? Weil mein Herz offen im Herzen war, ja? Ich wollte Gott kennenlernen. Deswegen sage ich euch das. Mein Zeugnis ist nur, um euch zu bezeugen, dass Gott real ist und anklopft. Ich wollte Gott kennenlernen. Ich wollte das Wort verstehen. Vor meinem Herzen nicht, um es irgendwie, um jetzt in die nächste Debatte zu gehen, um irgendwelche Sachen zu suchen, um jemanden zu triggern, um von mir selber behaupten zu können, ey, ich weiß, was da steht und so. Aber ich wollte das wissen, um Gott zu kennenlernen, ja? Und dann habe ich in Google einfach eingegeben, wie betet man richtig? Dann kamen so viele Ergebnisse. Unter anderem stand dann da Offenbarung 3. Da habe ich einfach Offenbarung 3 angegeben, weil ich habe ja eh keine Ahnung. Ich gebe irgendwas ein. Und dann steht da so, da steht so. Der Brief an die Gemeinden Zahres. Das sagt dir der eine, dem die sieben Geister Gottes dienen und der die sieben Sterne in seiner Hand hält. Heute weiß ich, dass es Jesus ist. Da steht jetzt. Du gehst als lebendige Gemeinde, aber in Wirklichkeit bist du tot. So habe ich meinen Glauben gesehen, ja? Leute dachten, ey, der ist gläubig, aber in Wirklichkeit, ich bin tot. Wach auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt. Da habe ich meinen Glauben, meine Beziehung gesehen zu meiner Frau, weil nachdem ich ja so gelogen habe, habe ich irgendwie zwei Wochen oder länger, ich habe in meinem Wohnzimmer gepennt und so. Einfach, weil ich so viel Schuld hatte und ich konnte nicht, ja? Da steht, wach auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt. Denn ich sehe, dass deine Taten vor Gott nicht bestehen können. Hast du denn ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört und aufgenommen hast? Also da steht jetzt ganz konkret, hast du ganz vergessen, wie du Gottes Botschaft gehört? Und ich habe es gehört. Und aufgenommen. Und ich habe es aufgenommen. Hast. Besinn dich wieder darauf und kehre um zu Gott, sonst werde ich plötzlich da sein wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Okay, Freunde, das war halt mein Moment, wo ich erkannt habe, ich muss eine Entscheidung für Gott treffen, ja? Weil Gott will mich so sehr und er spricht mit mir durch sein Wort. Ich habe vorher die Bibel nie gelesen. Er hat schon mit mir geredet, bevor ich die Bibel überhaupt gelesen habe. Dann, wo ich nochmal, er hat mich dahin geführt, durch Offenbarung 3, dass ich jetzt die Bibel lese. Und ich wollte ja jetzt wissen, wie man richtig betet, aber er hat mich dahin geführt, dass ich erstmal Buße tue, dass ich umkehre. Und das hat er mir alles später anhand seines Wortes erklärt, warum er mich erst dahin geführt hat, erst so geführt hat. Und ja, Mann, um das hier abzuschließen, mein Zeugnis ist natürlich noch viel länger, aber ich will auch Amir, ja, auch noch die Gelegenheit geben, auch mit euch ein bisschen zu sprechen. Nein, du kannst reden, wenn du möchtest, aber ja, versuch das so ein bisschen zu komprimieren, weil du weißt ja, die Leute sind so komprimiert und einfach direkt straight. Ich muss auf jeden Fall noch öfter so die komprimierte Version davon. Ja, ich muss halt überlegen, wie ich das das nächste Mal mache, vielleicht noch verkürzter. Ich glaube, das war jetzt gut so, die Details auch mal gehört zu haben. Aber ja, nach dieser Sache habe ich quasi ein Ringen mit Gott gehabt und ich habe dann Gott mein Leben gegeben. Ich habe meine Frau Buße getan, ich habe ihr alles erzählt. Das waren über sehr, sehr viele Geschichten waren das. Ich habe damit riskiert, weil am Ende des Tages kommt ja auch der Satan auf der anderen Seite. Gottes Segen. Gottes Segen, Paulus. Sugar MFK. So heißt du, und da hast du einen anderen Namen noch am besten? Nein, ich habe diesen Namen, aber ich war gerade noch am Sprechen, Bruder. Bitte rede, bitte. Gib mir noch eine Sekunde. Auf jeden Fall habe ich in diesem Moment dann mein Leben Jesus gegeben. Ich habe dann bezeugt, ach, Buße getan, alles erzählt, alles meiner Frau gesagt. Und halt dieser Kampf, der währenddessen natürlich stattfindet, ist, dass der Satan dir dann sagt, zum Beispiel, ey, wenn du jetzt alles erzählst, verließ du deine Frau, verließ du deine Familie, du verließ dein Ansehen. Was bist du dann für einer? Aber auf der anderen Seite, Gott dir verspricht eine Ewigkeit mit ihm, eine lebendige Beziehung mit ihm. Und ja, ich habe mich für diese lebendige Beziehung entschieden. Und das war im Umkehrschluss ja auch das, die Vergebung, die ich erfahren durfte. Aber jetzt, ich habe ja zu meinem Gebet, habe ich ja gesagt, Gott, wenn du mir vergibst, gebe ich dir mein Leben, dass du mich so veränderst, wie du mich haben wolltest. Und so hat Gott angefangen, mich zu verändern, wie er mich haben wollte. Hat viele Sachen aus meinem Umfeld genommen. Und hat mich dahin geführt, dass ich halt jetzt auch Musik für den Herrn mache. Ja, das war mein kurzes Zeugnis für euch, dass ihr Bescheid wisst. Und gerne mal erzähle ich noch mehr. Aber Paulus. Ja. Gerne. Ich habe ein paar Fragen an dich, wenn ich natürlich Fragen stellen darf, darf ich dir ein paar Fragen stellen? Sugar. Folgendes. Ich habe ja in dein Zeugnis gehört, du warst mit 50 Cent, du hast mit denen zusammen einen Song gemacht oder was mit denen auf Bühne? Also ist das eine Frage? Ja, genau. Also warst du mit denen in eine Bühne, in den Fonds gemacht? Nein, ich habe keinen Song mit 50 Cent gemacht. 50 Cent hat ein Konzert in Hamburg gemacht und ich war bei ihm vor, das war in der Barclays Arena. Und wie hast du Kontakt mit 50 Cent so richtig bekommen? Bruder, ich habe gerade so ein schönes Zeugnis gegeben. Bruder, warum soll ich jetzt Kontakt mit 50 Cent klären? Nein, ich habe nur ein paar Fragen. Lass ihn einfach da seine Sache machen und der war einfach eine Vorgruppe von 50 Cent oder was? Und das ist da bei denen dann in der Hinsicht vorgruppenmäßig. Aber der war auch mit 187 Straßenbande und so ein bisschen. Dann warst du mit denen auch, ne? Ja, genau, genau, genau. Hast du Kontakt mit denen oder nur da flüchtig gehabt? Mit wem? Mit 187. Bruder, ich war mit denen 15 Tage unterwegs. 15 Tage? Ja, ich frage ich ja nur so. Eine andere Vergabe, hast du bei Universal unterschrieben oder bei welchen Plattenfirmen bist du gewesen? Genau, bei Universal. Aber Universal, ja. Ich habe mal eine andere Frage. Machst also, kennst du solche Bilder, wenn man so Auge verdeckt oder so komische Zeichen mit den Augen macht, wenn die komplett weiß werden, kennst du solche Bilder? Hast du damit zu tun oder gar nicht? Also, was meinst du, wo man Auge komplett weiß macht? Ja, das sieht so aus. Wie eine Besessenheit oder sowas. Hast du damit zu tun oder gar nicht? Also, ich kenne jetzt so. So wie der Bones das macht und Jesus und so. Die machen ja immer so behämmerten Zeichen und sowas. Bei Bones weiß man ja, dass der ganz tief drin ist. Und was mit dem, also du hast sowas nichts zu tun, richtig? Nein, Bruder. Nein? Okay, dann erklär mir mal bitte, was das hier bitte ist. Ich will mal was zeigen. Warte, ich zeig das sofort. Erklär mir, du hast mir gerade bezeugt, du kennst sowas nicht, aber das ist doch dein Cover, das ist doch dein Album. Warum machst du sowas hier mit Augen komplett besessenheit, komplett weiß? Du hast mir gerade bezeugt, du hast mir gerade bezeugt, du machst sowas nicht. Also, beziehst du das jetzt auf Besessenheit oder sowas? Nein, das ist ja normal, wenn die Augen weiß sind, so komplett. Nein, Bruder, ich küssere. Du hast mir aber gerade bezeugt, du machst sowas nicht. Okay, aber ganz kurz, Paulus. Aber warum hast du mich angelogen? Paulus, hörst du mich noch? Ja, ich hör dich. Ja, ich hör dich. Erzähl mal, warum du mich angelogen hast. Okay, ich erzähl dir jetzt alles zu deinem Bild, was du haben willst. Ja, okay, erzähl mal. Okay, das ist eine Statue, sollte das natürlich darstellen, okay? Und die Augen? Und eine Statue, ich weiß nicht, ob eine Statue Pupillen und Wimpern und all das hat, weißt du? Weil dieses Bild anscheinend hat das nicht. Und das ist eine Statue, mein Bruder. Also, falls du gerne jetzt hier den nächsten satanischen Künstler gefunden hättest, ja? Oder vielleicht machst du sogar auch solche Seiten, weil... Ja! Das hätte mich auch mal interessiert, aber bei aller Liebe, Bruder, du kannst mich nicht da in diese... Aber du hast mir bezeugt, du machst sowas gar nicht, deswegen, dass wenn du mir gesagt hättest... Ja, aber ey, sag doch, ist das jetzt, ist das so, ne? Mach ich jetzt so, oder mach ich so? Nein, 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 du verdeckst ja nur den Auge da komplett. Ja, sag mal, das verdeckte auch. Aber in Verbindung mit dieser Besässer, fand ich, fand nur komisch, dass du gesagt hast, du machst das. Das war nicht, wenn du mir gesagt hättest, okay, ich hab mal sowas gemacht, naja, kein Problem. Aber ich fand nur komisch, wenn du mich so angelogen hast. Das finde ich nur traurig. Ey, Paulus, bei aller Liebe, ne? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du Christ bist, ne? Du hast ja ein Kreuz. Ja, ja. Bist du Christ oder nicht? Ich bin ein wiedergeborener Christ. Jetzt weiter. Okay, Paulus, bei aller Liebe, ja? Ich meine das jetzt von ganzem Herzen, dass du mich hier nicht für etwas verurteilst, was ich nicht tue, wo ich auch nicht... Ich hab nichts gesagt, ich hab nur was gefragt. Nein, weil ich kann nur mein Wort geben, ne? Also das sagen, was wirklich ist, ja? Und mehr kann ich nicht. Ich kann dich nicht davon überzeugen oder so. Das ist auch nicht in meinem Interesse. Aber, Bruder, ich hab nichts mit diesen Sachen zu tun, ja? Und das sag ich dir ganz offen. Und falls mal ein Bild entstanden ist, ja? Weil das hier sollte eigentlich ein auf Knarre, ein auf das. Oder es gibt so viele Handzeichen, was für mich gar keine Bedeutung hat. Weil man dachte, das ist cool, das ist Gangster und so. Ich hab keine Millionen Gelder bekommen. Ich hab keinen Blutvertrag. Ich hab nichts damit zu tun. Aber das ist nur für dich, dass du halt quasi einfach verstehst. Also du willst mir erklären, dass du gerade mir bezeugt hast, dass du diese Augen nicht gemacht hast. Das ist okay. Dann sehen wir, dass du es gemacht hast. Du willst mir erklären, dass du einen Vertrag bei Universal hast, ohne einfach so, ne? Oh, ey, ey. Warte, 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 warte. Ich will was zusammenfassen, warte. Du hast einen Vertrag bei Universal, okay? Und dann hast du 15 Tage mit 187 zu tun, obwohl 187 öffentlich sogar zugeht, bei den Freimaurer zu sein und ihre Illuminatenzeit sogar komplett öffentlich macht. Und dann willst du mir sagen, du hast geheilt. Ja, okay. Ich glaub dir mal. Okay, Amir, ach, Paulus, Paulus, bei aller Liebe. Aber Bruder, du bist schon hart unterwegs, Alter. Ja, ich hab nur Fragen gestellt. Ich find das komisch. Ja, deine Fragen. Du bezeugst mir gerade so, was ist damit zu tun? Dann hast du die Bilder gemacht. Dann bezeugst du so, du hast dein Universum, du bist bei 187 bis 15 Tage lang. Das ist schon komisch. Am Ende des Tages, Paulus. Am Ende des Tages wird der Jesus den richten, der meint, umzulösen. Wir werden bis zum Ende der Welt. Okay, okay, ich meine, das geht in die falsche Richtung, Leute. Wir, wir, dankeschön für dein Zeugnis auf jeden Fall sogar. Und ich hoffe, dass der Herr da dir deinen Weg weiterhin ebnet und dich da auf dem geraden Weg lässt. Und wir hoffen natürlich, wir beten natürlich, dass du nicht mit sowas zu tun hast oder was auch immer. Und dass du dem Herrn auch dienst. In Wahrheit, Licht und Ehre. Amen, Amen. Gottes Segen. Ich wünsche euch natürlich Gottes Segen. Bruder, ganz ehrlich, hätte ich gewusst, ich komme hier rein, ich erzähle mal Zeugnis. Danach kommen bei dir so verrückte Leute, Bruder. Nein, nicht bei dir. Der Papus ist schon ein Bruder. Der Papus ist schon ein Bruder. Der macht so ein bisschen Gedanken. Das Problem ist, der macht so ein bisschen Gedanken. Wenn du dann halt mit solchen Sachen rumhantierst und das so öffentlich zur Schau stellst, dann macht der eine oder andere sich darüber natürlich Gedanken, ob das jetzt auch so ist oder nicht. Weil du bist jetzt nicht jemand, der, weiß ich nicht, Millionen von Platten verkauft, was weiß ich was macht. Aber gut, okay, wir müssen das jetzt erstmal so stehen lassen. Und ja, mir wiederher dein Leben weiterhin segnen und dich segnen und deine Familie. Und ja, Gottes Segen. Sehr, sehr, sehr demütigend. Aber ich wünsche dir trotzdem Gottes Segen, Paulus. Ja, Armin müsste man segnen, ne? Sowohl er als auch. Ich wünsche dir deine ganze Familie sowieso Gottes Segen. Nur ich fand es traurig, dass du mich einfach so angelogen hast. Aber möge jeder selber entscheiden, na? Ich hoffe, du machst keine Zungenrede, ne? Oder hast du mit Zungenrede zu tun? Dankeschön, Paulus. Ich wünsche dir auch Gottes Segen. Armin, ich wünsche dir auch Gottes Segen, ja? Aber die letzte Frage, hast du mit Zungenrede zu tun? Ja, okay. Du hast du schon selber schauen. Dann Gottes Segen, Bruder, Armin. Danke, dass ich hoch war. Okay, alles klar. Gottes Segen, Paulus. Was geht, Armin? Alles gut? Alles ist am Aufregen. Wie hättest du das? Gott segne dich und deine Familie, Armin. Ja, Gott segne dich und deine Familie. Ich habe nur eine Frage an dich. Ich wollte nur diesen Hadithen, den suche ich schon die ganze Zeit, ne? Wo Aisha 16 war, als sie die Pubertät eingetroffen hat bei ihr. Den suche ich schon die ganze Zeit, Mann. Ich finde den nicht. Ich hatte den mal gehabt, habe ich verloren. Das ist in Fatal Bari, Band 10, auf der Seite 544. Ach so. Achte, sag mir das nochmal, bitte. Fatal Bari von Ibn Hajar al-Sqalani, im Band 10, auf der Seite 544. 544, hast du gesagt, Fatal Bari 544, ne? Band 10, Seite 544. Ach so, Band 10. Danke, Brie. Okay, Gott segne dich schon deine Familie. Ich auch, Bruder. Ja. Hier soll keiner keinen beleidigen. Komm, hört auf mit dem Quatsch. Keiner soll den anderen beleidigen, ne? Diener des Barmherzigen. Assalamu alaikum, Amir. Doppelgänger von Maka, was ist Maka? Ich bin der Maka. Amir. Ja. Jetzt. Gut, Diener des Barmherzigen. Hast du Gedanken gemacht, der Kurdi? Ich sagte, ehrlich, ne? Gestern habe ich geschlafen, bis heute 15 Uhr. Aufgewacht, gegessen, draußen, wieder nach Hause. Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Echt? Sag dir mal, ich hab doch die Gäste erklärt. Ah, Amir. Ja, erzähl weiter. Ich hatte eine Frage. Amir, hörst du nicht? Ja, ich hör dich schon. Komm, erzähl. Ich hatte mal eine Frage. Und zwar, was ist eigentlich jetzt der Unterschied zwischen den Katholiken und den Orthodoxen? Ja, der Unterschied ist, dass sie verschiedene Bücher in ihre Bibel reingebracht haben. Der Unterschied ist, dass sie auch anders ein bisschen lehren als der andere. Und, ähm, ja, dass das alles gemachte, menschengemachte Denominationen sind. Das wissen wir alle. Denn Religion rettet nicht. Nur der Glaube an Jesus Christus, die Wiedergeburt und die Auferstehung des, äh, der Toten, ne? In Christus Jesus eines Tages. Amen. Ich glaube, äh, soweit ich jetzt mal, äh, soweit ich gehört hab, ich hab jetzt, äh, ich schritt jetzt nicht von mir selber, dass die auch nicht neu geboren sind. Stimmt das oder ist das eine Lüge? Ich weiß nicht, ob der Einzelne oder der Andere Wiedergeborene ist oder nicht. Das entscheidet der Herr Jesus Christus. Aber wenn jemand so hier reinkommt und sagt, ich bin das und ich bin dies und ich, äh, gehöre zu dieser und das. Nein, wir alle sind auf dieser Erde, um nur eine Sache zu werden, ne? Und zwar Kinder Gottes. Wiedergeborene Kinder. Das ist das. Leute, hört auf jetzt mit diesem Pavlos. Ja, hört auf damit. Ja, was ist eigentlich los, was die ganze Zeit erwähnt? Ja, ach, nix. Das ist ja alles okay, ist gern ein Punkt, ne? Ein bisschen, er hat sich ja alles ein bisschen aufgebarscht. Auf jeden Fall, Armer, äh, wie geht's das sonst? Wie läuft? Alles gut, ja, ich hoffe natürlich, dass du dir selber Gedanken machst um deine Ewigkeit. Auch wenn jetzt hier die ganzen Leute ein bisschen im Jetser, ähm, so wütend sind oder was. Egal. Du musst dir selber Gedanken machen um deine Ewigkeit, dass du dir Gedanken machst, wie du gerettet wirst. Und ich habe das sehr oft gesagt, dass du die Bibel lesen sollst. Und du musst auf meine Worte hören. Ehrlich, ich sage es dir. Auf Iraner müssen wir immer, wir sind ja Brüder. Mit so? Wir sind ja Brüder Iraner und Kurden. Ja, ja. Ich hoffe, dass du natürlich auch mein Bruder im Geiste wirst, ne? Und nicht nur so in diesem Adam, ne? Küsse auch, ich küsse auch dein Herz, ja. Fang an, die Bibel zu lesen. Bitte, mach dir Gedanken darum. Armer, ich muss jetzt was machen. Auf jeden Fall, ich komme nachher wieder in dein Live, okay? Bitte? Ich komme nachher wieder in dein Live. Ich muss jetzt wirklich was sehr Wichtiges machen. Ja, was Wichtiges ist, das Neue Testament zu lesen. Ja, ja, wir reden gleich wieder, ich komme ja nachher wieder. Okay, ciao, ciao. Ja, see, ciao. Moin, Armin, mein Lieber. Du kommst aber stürmisch hier rein. Na, geht's gut? Ja, mir geht's gut, wie geht's dir? Arbeit alles bestens, danke schön. Was machen Sachen? Nichts, ich sitze hier rum und diskutiere mit den Leuten bis zum Geht, nicht mehr, bis ich irgendwie mal so einpenne. Und wieder mal die Muslime ärgere, ne? Ja, du bist ja jetzt da. Du bist ja jetzt der richtige Moslem von allen. Pass auf, ich habe eins nur für dich. Und dann muss ich auch wieder raus, ja. Mit zweitens. Komm mal gut zu. Du hast wieder Voodoo gemacht, oder was? So wie der Hadith sagt in Sunan Abidawun 66. Armin, ich habe dich rausgekackt. Ja, siehst du, das ist das, wenn man Voodoo macht im Toilette, ne? Was ist der Ekel auf der Typ, ey? Jesus Christus, ey. Dankeschön. Das ist so krank, so kaputt, so fertig, so. So richtig am Ende, hä? Ich grüße dich, servus. Gott segne dich in deine Familie. Danke, dich auch. Und zwar, ich habe mal eine allgemeine Frage. Also ich bin weder Christ, ich bin weder Moslem. Ich habe mich ein bisschen mit dem Koran befasst, aber jetzt nicht, weil ich kommentieren will oder so. Aber ich schätze deine Kompetenz, deswegen würde ich dich gerne etwas fragen. Ich habe gestern nach der Tat in Mannheim viele gefragt, ob diese Tat was mit dem Islam zu tun hat. Und alle haben natürlich gesagt, nein, 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 das hat nichts zu tun. Und dann habe ich gesagt, Islam ist Frieden, Islam ist Frieden. Wer was anderes behauptet, der kriegt in seinen Kopf rein. Ich habe dann zu den Leuten gesagt, okay, erklär mir dann bitte Sure 9, Vers 29. Du kennst den Vers? Natürlich. Ich kenne ihn so aus. Und diese Leute, die haben dann gesagt, lies den Vers davor, den Vers 28, der erklärt das und bla 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 bla. Jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, weil ich deine Kompetenz schätze. Ich weiß, dass du dich sehr gut auskennst. Was sagst du dazu? Ja, die Sure 9, Vers 29 ist die letzte Etappe in Mohammeds Leben, dass der Mohammed von Allah bekommen hat. Und deswegen hat er dann diese ganzen Juden und Christen in der arabischen Halbinsel alle nacheinander vertrieben oder sie zum Islam gezwungen. Und das ist auch die Doktrin des Islams. Das ist die dritte Etappe in Mohammeds Leben, als er von Allah befohlen wurde, alle Menschen zu bekämpfen, bis sie bezogen, dass es kein Gott gibt außer Allah und er der Gesandte ist. Kommen sie dieser Forderung nach, so sind ihr Leben und ihr Besitz vor ihm sicher. Und darüber hinaus müssen die Nichtmuslime dann, beziehungsweise die Christen und Juden dann Jizia bezahlen, in einem erniedrigen Zustand. Aber wie meinen die Moslems das, weil sie zu mir sagen, Vers 28, der Vers davor, also neutralisiert das, also dass es nicht so gemeint ist. Ganz und gar nicht, weil wenn du den durchstehst, heißt es, für wahr, die Götzendiener sind unrein. Also trifft sie nicht an der verbotenen Gebetstätte. Und dann siehst du auf einmal ein Vers weiter, das hat gar nichts mehr mit dem einen Vers zu tun. Und dann siehst du die Ausleger, die sagen, ja genau, man muss die Juden und Christen dementsprechend bekämpfen, unterdrücken und von ihnen Jizia nehmen. Und da gibt es genügend Fatwas und gelehrten Bücher, die über dieses Thema geschrieben haben. Und ja, das ganze Internet ist voll. Wer die Wahrheit suchen will, der wird die Wahrheit auch finden. Okay, eine abschließende Sache nur. Ich habe einmal vor, weiß ich nicht, drei Wochen oder so, habe ich mal einen Clip von dir gesehen. Ich fand den so geil. Du hast gesagt, jeder wahre Moslem ist automatisch ein IS-Kämpfer. Und ich fand diesen Satz so geil. Also jeder praktizierende Moslem. Und wie gesagt, ich bin nicht Christ, ich bin kein Christ, ich bin kein Moslem. Ich habe mir ein paar Verse, ein paar Suri durchgelesene aus dem Koran. Und wenn man das liest, dann hast du recht. Jeder richtige Moslem ist automatisch ein IS-Kämpfer. Und ich fand dieses Clip so geil. Ich habe es sogar gespeichert, meiner Freundin gezeigt. Mega. Aber hast du vollkommen recht mit. Ja, natürlich. Wer sich damit auseinandersetzt, der weiß, dass der islamische Staat die dritte Etappe in Mohammeds Leben praktiziert. Und zwar die Sura Al-Tauber. Auch bekannt als die Sura Al-Bara. Okay, danke. Das war es schon. Habt einen schönen Abend. Ein schönes Wochenende dir. Ich hoffe natürlich, dass du dir selber Gedanken machst um deine Ewigkeit. Dass du zum Glauben an den Herrn Jesus Christus kommst. Ich bin katholisch getauft worden tatsächlich. Das ist nicht ganz toll. Nein, du musst zum Herrn Jesus Christus. Nein, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das bringt nichts, wenn du zum... Jetzt habe ich eine Verschlossung gemacht. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Es interessiert mich auf jeden Fall. Ja. Was soll ich dir sagen? Ja, ich hoffe, dass sich das wirklich interessiert, das Thema auch, dass der Herr Jesus Christus dich interessiert. Nein, das wird auf jeden Fall... Wie gesagt, ich bin noch nicht so weit, oder was heißt, ich bin nicht so weit, das klingt wie so nach Ausrede oder so. Es war jetzt aber noch nicht so, dass ich gesagt habe, so, heute Morgen, was ist meine Daily List? Ich hole mir jetzt das Neue Testament und lese es mir durch. So weit war es noch nicht. Meine Freundin ist extrem gläubig, Christin, extrem. Sie will mich immer in die Kirche mitschleppen. Ja, wer weiß, was kommt. Siehst du? So ist das. Deswegen solltest du bedacht sein, auch die Zeit für den Herrn Jesus Christus zu nehmen, denn er hat dich auch am Kreuz ernst genommen, als er ausgerufen hat, es ist vollbracht. Für dich auch bezahlt. Ja. Nein, danke auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin da sehr interessiert. Ich schaue mir auch viele Clips an. Du bist sehr aufklärend. Also, kommt so rüber, wie wenn ich gerade gay bin oder so. Nein, aber du bist sehr kompetent. Wie gesagt, du kannst sehr schnell schalten. Du kannst sehr schnell schalten. Das heißt, wenn jemand etwas zu dir sagt, dann ist es nicht so, dass du sagst, okay, warte mal ganz kurz, ich muss nur kurz den Koran schnappen und erst mal durchlesen. Nein, du kannst sehr gut schalten. Deswegen großen Respekt daran. Danke für, wie gesagt, ich schaue gerne deine Clips. Sehr kompetent. Und ja, das war einfach die einzige Frage, weil mir sehr viele Moslems heute gesagt haben, liest dir die Tifir oder ich weiß nicht, wie das heißt, Tafir durch. Ja, dann wird das ja noch schlimmer, wenn die dich auch noch dazu aufrufen, Tafsir zu lesen. Dann sagst du, okay, ich lese den Tafsir von Ibn Kassir oder von At-Tabari oder von Al-Jaralain. Alle sagen dasselbe. Dass der Mohammed die ganze arabische Halbinsel Juden und Christen reingemacht hat und die Menschen in seiner Umgebung zum Islam gezwungen hat. Ja, super. Ich muss rausgehen, sonst werde ich gesperrt. Alles gut. Ich wünsche dir einen schönen Abend, schönes Wochenende dir. Danke dir. Ich fange jetzt gleich wieder rein. Bis gleich. Ciao, ciao. Ciao. Achso, erst mal Gott segne dich und deine Familie. Amir, ich habe eine Frage. Warte mal, ich möchte den Leuten, wenn jemand zu euch kommt und sagt, Mohammed ist ein Prophet. Warte mal, ich möchte den Leuten zu euch kommen, und sagt, Mohammed ist ein Prophet. Das ist so heftig, ey. Er war niemals ein Prophet. Bitte, jetzt, Entschuldigung. Gestern warst du ja auch live und du hast ja diesen Vers oder Hadith herausgesucht, wenn Mohammed zum Beispiel, du weißt, was ich meine, das hast du ja gestern gesagt, dass eigentlich, dass alle sagen, da steht, dass er, wenn er eine Frau heiraten will. Aber eigentlich steht der, dass wenn er mit einer Frau Geschlechtsverkehr haben möchte. Ich wollte fragen, welcher Hadith oder Vers nochmal war. Das war Surah 33, Vers 50. Das Wort ist Yastanki, haha. Und wenn du ein Araber fragst. Surah was? Surah 33, Vers 50. Yastanki, haha. Das ist das Wort. Und die übersetzen das mit heiraten. Das ist aber falsch. Das Wort heißt Punktpunkten. Ja, ja. Der Mohammed kann mit so vielen Frauen Punktpunkten vorausgesetzt, dass er es haben möchte, ne? Heftig, ey. Stellt euch mal vor, der Mohammed kriegt von Allah diese Eingebungen und darf mit so vielen Frauen machen vorausgesetzt, dass er es haben will, ne? Nee. Unglaublich. Dann sagen die mir, das ist ein Prophet Gottes. Nee, aber ohne Prophezeiung. Ja, genau. Ohne Prophezeiung. Ich wollte diese eine Predigt von Wilhelm Busch finden. Da hat er die mal irgendwo abgespeichert, hier auf den Tablettinen. Ich habe den heutigen Eindruck, dass das Christentum eine Pfade... Hier ist es, ich habe es gehört. Ich habe heute bei dem allgemeinen Christentum den Eindruck, das ist eine Art Verzierung, eine religiöse Verzierung fürs Leben und die meisten Leute verzichten drauf und da rennt die Kirche hinterher, um zu bitten, seid doch lieb und nehmt doch so ein bisschen christliches Volkör mit. Darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass sie zur Hölle fahren, solange sie Jesus nicht haben. Wer den Namen Jesus anruft, der soll selig werden, gerettet werden. Habt ihr das gehört? Nicht wer Kirche hat, wer Religion hat, wer dies, wer das. Nein, wer den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, der soll selig werden. Na, Amir? Ja. Ich hätte noch eine Frage, weil darüber bin ich mir noch nicht so richtig sicher, also wie das funktioniert. Kannst du ganz schnell einmal Trinität für mich nochmal erklären? Ja, der Herr hat sich, also der Gott der Bibel hat sich in Vater, Sohn, Heiliger Geist drauf und machen. Der Vater findest du im Alten Testament sowie den Heiligen Geist in Jesaja 61 und auch in Jesaja 63 und den Sohn Gottes findest du in Sprüche 30, Vers 4 und Jesaja 9, 5 und Jesaja 7, 14. Darüber hinaus kündigt sich auch der Herr an, auf diese Erde zu kommen in Jesaja 40, 3 und das Ganze wurde erfüllt in Matthäus 3, 3. Da ist der Herr dann gekommen, ebnet den Weg des Herrn und bahnt ihn eine Steppe. Und den Heiligen Geist findest du auch, wie ich dir gerade eben gesagt habe, in Jesaja, beim Propheten Jesaja in 61 und 63 und darüber hinaus redet sogar der Heilige Geist und gibt Befehle in Apostelgeschichte 13, 2 und er wird auch als Gott beschrieben in Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 1 bis 4. Und somit hat sich Gott in drei verschiedenen Hypostasen gezeigt und jeder von ihnen hat sein eigener Wille und setzt ihn auch durch. So einfach ist das. Der Herr ist von Ewigkeit her ein dreieiniger Gott. Deswegen hat er durch die, durch sein Wort, Gott hat durch sein Wort alles erschaffen und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Lies mal bitte 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1 und den Schöpfungsbericht. 1. Mose was? 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1 und dann den Schöpfungsbericht. Gott sprach, Gott sprach, sei und es ist und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Mhm. Ja. Okay. Gott segne dich, mein Lieber. Gottes Segen. Mach's gut, mein Beste. Alles. Ciao. Ja. Hamza omayrat. Guten Tag. Oder guten Abend. Du kommst bestimmt nicht hier rein, um zu sagen, Ex-Muslim, ich liebe dich, ne? Ex-Muslim, ich liebe dich. Oh, sehr schön, ich liebe dich auch. Ja, das wollte ich nicht. Auf jeden Fall, ich habe eine Frage. Du bist Ahbash bestimmt, ne? Ich bin kein Ahbash. Nein, nein, ich bin kein Ahbash. Kein Ahbash. Also, okay. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich habe eine Frage, vielleicht kannst du es ja mir erläutern, Ex-Muslim, Amir. Nein. Ähm, warum steht drinne, bei Nummer 3118, ähm, das, warte, ich lese es dir vor, ein... Frauen dürfen, was? Frauen dürfen... ...sklaven genommen werden. Was? Ja, das steht da drinne. Soll ich es dir zeigen? Das steht nix von SEX-Sklavinen, mein Lieber. Die Last für euch am Leben, aber das ist deine eigene Interpretation mit deinem eigenen perversen Verstand, Mann. Nein, nein. Soll ich es dir zeigen? Steht da SEX-Sklavinen? Ja, ja. Ja, dann zeig mal bitte. Okay, einen Moment. Warum lügst du gerade so? Ich kenne den Vers aus Numeri. Ja, ähm, ich lüge nicht, kannst du dir ja zeigen. Ja, aber da steht nix von SEX-Sklavinen. Wenn da steht, der Herr sagt, lasst sie für euch, weil sie nicht gesündigt haben, das ist ein himmelweiter Unterschied zwischen dem, was Allah in Sura 424 sagt. Dass du sie vor den Ehemännern vergisst. Du weißt schon. Ja, ja, einen Moment. Ja, genau, einen Moment. Ja, guck mal, meine Augen, die fallen gleich zu. Ja, Amir ist müde. Amir, hast du Samra gehört heute? Nein. Was hat denn Samira gesagt? Der, der die Bibel verfälscht, so wie jeder Moslem. Der streicht einfach das Wort Gott. Der, der raus. So. Ein Moment. Wow. So. Hier steht es drauf. Warte, das ist, glaube ich, ein bisschen verpixelt. Kannst du mir erklären? Oder kann man das sagen? Ich sage bitte vor. Also Nummeri 31,18. Und bei der zweiten Vers, oder zweiten Absch... Da haben wir uns ausgegangen. So, da steht, Frauen dürfen als Sexklang genommen werden. Wo denn? Ja, hier, Nummeri 31,18. Willst du mich gerade verarschen? Geh mal bitte in den Bibeltext rein. Du bist gerade bei Google, Mann. Ist das ein Typ? Das ist kein Google. Geht der auf eine, so eine... Das ist eine christliche Seite. Das ist so eine Hasserseite von so irgendwelchen gewalttätigen Bibelferse. Kennt ihr das? Wenn ihr das eingibt, gewalttätige Bibelferse, da kommen so was. Das ist... Okay. Also steht das da nicht drin. Sag mal ehrlich, hast du das eingegeben? Sei ehrlich. Nein, habe ich nicht. Nein, habe ich nicht. Das ist eine christliche Seite. Das ist eine christliche Seite. Da gibt es dir das bei Google ein. Ist das ein Typ? Da lacht er. Habt ihr gesehen? Da habe ich dann direkt gemerkt. Ich so, hey, war der wieder bei Google, Onkel Google Fragen hier mit grausamen Bibelzitate oder was? Was ist das ein Typ? Krank, krank, krank. Häftig, heftig, heftig. Was für ein Täuscher. Da lacht er einfach selber bei der Etappe. Habt ihr den gemerkt? Habt ihr gesehen? Hallo, Ex-Muslim. Hallo. Ja, noch will ich sagen, du bist ein geiles Sirch. Was bin ich? Ein geiles Sirch? Ein geiles Sirch. Geiler Typ. Ach, geiler Typ, okay. Ich kann sagen, du sagst du mir geile, ich bin ein geiles Sirch. Sirch. Sonst geht es gut. Immer. Solange Jesus Christus in meinem Leben ist, ist immer alles gut. Selbst wenn es mir schlecht geht, Jesus Christus macht das gut. Wohl. Stabil. Stabil. Wann hast denn du den Glauben gewechselt? Wann ich den Glauben gewechselt habe? Ja. Ungefährt. Vor über zehn Jahren. Über zehn Jahren. Stabil. Vor über zehn Jahren. Wollte dich nicht länger belästigen. Wollte nur Hallo sagen, dass du stabil bist. Gott segne dich und deine Familie. Ich hoffe natürlich, dass du sehr viel Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus hast und ihn immer suchst, seine Nähe suchst. Amen. Ja. Easy. Okay. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Gott segne dich. Ciao. Amir. Ja. Salam alaikum an Muslimen, die unten sind. Was? Ich habe eine Frage an dich. Ja. Wenn ich dich an den Supermarkt sehe und eine Klasche gebe, was passiert dann? Hältst du mir die andere Backe auch? Was willst du mir geben? Wenn ich dir eine Bombe gebe in den Supermarkt, wenn ich dich sehe, hältst du mir die andere Backe auch dran? Ja, also wenn du mir so eine Bombe gibst, warte, wenn du mir so eine Bombe gibst im Supermarkt, dann mache ich die andere Wanne so und dann kriegst du so eine. Ah, guck mal dein Lieber. Nein, ich mache da nur Spaß, Mann. Guck mal deine Liebe an. Ja, du, guck mal, wenn was du da kommst, wie bösartig du bist, dass du überhaupt so zu Gedanken hast. Das war meine Frage die ganze Zeit im Kopf. Was soll das? Was soll das? Das ist doch eine normale Reaktion. Das ist nicht Kindergarten. Wenn ich dir eine Schelle gebe, dann musst du mir eine andere Seite auch. Guck mal, was ich dir jetzt gebe. Guck mal, wie Bosshaftigkeit das ist. Hast du gesehen? Das war meine Schelle für dich. Das war meine Schelle für dich. Das war meine Schelle für dich. Was wurde denn zuerst erschaffen? Der Himmel oder die Erde? Der Himmel. Bist du eine schwierige Schöpfung oder ist es der Himmel? Allah hat ihn gebaut. Er hat seine Decke erhöht und seine Ausmaße bestimmt. Und er hat seine Nacht verdunkelt und seine Helligkeit entfernt. Und danach hat er die Erde ausgebreitet. Er hat ihr Wasser und ihre Weide entzogen und die Berge hat er festgemacht als Versorgung für euch und euer Weidevieh. Das ist Koran Zure 79 Vers 27. Und er hat auf einmal die Erde. Sag, glaubt ihr etwa nicht an den, der die Erde in zwei Tagen erschaffen hat und stellt ihm Gleichgestellte zur Seite? Er ist es, der Herr der Welten und er errichtet auf der Erde fest verankerte Berge auf ihrer Oberfläche und er segnete sie und bestimmte darin ihren Unterhalt in vier Tagen ohne Unterschied. Zur Information derer, die Fragen. Dann wandte er sich den Himmel zu, als er noch Rauch war und sagte zu ihm und zur Erde entsteht freiwillig oder gezwungen. Sie sagten, wir sind freiwillig gekommen. Und er vollendete sie als sieben Himmel in zwei Tagen und inspirierte in jedem Himmel seinen Befehl. Und wir schmückten den nächsten Himmel mit Lampen und als Schutz. Dies ist die Bestimmung des Allmächtigen, des Allweisen. Das ist Koran Zure 41, 9. Und dann wieder die Erde. Er ist es, der für euch alles erschaffen hat, was auf der Erde ist. Dann wandte er sich den Himmel zu und formte ihn zu sieben Himmel und er weiß alles. Wie viele Tage braucht Allah, um Himmel und Erde zu erschaffen? Sechs Tage ins Koran Zure 10, Vers 3. Acht Tage in Koran Zure 41, Vers 9. Wie lange braucht Allah, um zu erschaffen? Eine lange Zeit in Koran Zure 7, Vers 54 oder ein Augenblick in Koran Zure 2, Vers 117? Dürfen Ungläubige an Kriyama sprechen? Nein. In Koran Zure 27, Vers 85? Und dann wieder Nein. In Koran Zure 77, Vers 34? Nicht freiwillig, ihre Körperteile werden die Wahrheit sagen. In Koran Zure 36, Vers 65? Ja. Und sie können Lügen erzählen. Verschiedene Verse beschreiben den Dialog zwischen Ungläubigen und Gläubigen oder Allah oder der Engel. Am Tage der Auferstehung zum Beispiel? In Koran Zure 6, Vers 22? In Koran Zure 37, Vers 20? Werden die Ungläubigen am Tage der Auferstehung blind sein? Ja. In Koran Zure 20, Vers 124? Nein. In Koran Zure 16, Vers 76? 37, Vers 16. Wie lange werden die Ungläubigen glauben, dass sie auf der Erde geblieben sind? Einen Nachmittag oder morgen? Koran Zure 79, Vers 46? Eine Stunde? Koran Zure 30, Vers 55? Zehn Tage? Der Koran 20, Vers 102 bis 104? Ein Tag oder ein Teil eines Tages? Also Koran 23, Vers 112? Das ist so krank. Kommt das Böse von Allah? Ja. Koran Zure 78? Nein. Koran Zure 479? Guck dir das mal an. Wenn ihnen Gutes widerfährt, sagen sie, das ist von Allah. Aber wenn etwas Schlechtes geschieht, sagen sie, das ist von dir, O Prophet. Sprich, alle Dinge sind von Allah. Nein. Was immer dir Gutes widerfährt, kommt von Allah. Was immer dir Böses widerfährt, kommt von dir selbst. Was aber diesen Leuten widerfährt, ist, dass sie keine einzige Tatsache verstehen. Nein. Ist viel bitte am jüngsten Tag möglich? Nein. Koran Zure 2, Vers 123? Koran Zure 2, Vers 47? Ja. Koran Zure 20, Vers 109? Kommen nicht Muslime für immer in die Hölle. Ja, das ist einer meiner Lieblingsdinger. In Sura 2, Vers 62 sagt Allah, ja, die Ungläubigen werden gerettet werden. Und dann auf einmal sagt Allah in Sura 3, Vers 85, nein, sie werden nicht gerettet werden. Und dann sagt Allah wieder in Sura 5, Vers 69, nein, sie werden nicht gerettet werden. Nee, sie werden gerettet werden. Zweimal ja und einmal nein. Ah, stark, ja, okay. Ja, okay, danke, ne? Warte mal, was wird es in der Hölle zu essen geben? Nur Dornen und Dari in Sura 88, Vers 6? Nur Eiter, Koran Zure 69, Vers 36? Ja. Und so weiter und so weiter. Wenn du wissen willst, ob das wirklich Widersprüche gibt, wirst du fündig werden. In Zeit, dass es in der Hölle ist. Ja, ich habe schon zu viele, also, es gibt schon zu viele. Gottes Segen, mein Lieber. Ja, Gottes Segen. Ciao. Ciao. Türkischer Piskopat. Ich schoss den Siegtreffer und ein Talenz gab, auch für mich für eines der besten Teams. Hallo, Gottes Segen, Amir. Hallo, mein Lieber. Gottes Segen, es ist schon ganz schön. Danke. Deine Familie auch. Eine Frage. Ich habe letztens ein Video gesehen auf YouTube. Ich war bei einem anderen Bruder live gewesen und der ist wohl irgendwie Katholik oder so. Und jetzt von diesen Eucharistie-Wundern hat er geredet. Und habe ich das bei YouTube mal eingegeben. Und dann kam tatsächlich ein Video, wo mehrere eucharistische Wunder passiert sind auf Messen in der katholischen Kirche. Das wurde wissenschaftlich untersucht. Und hier jedes, die Hostie hat sich tatsächlich in menschliches Blut verwandelt und in Herzmuskel. Was hat sich in was verwandelt? Die Hostie vorne, also das Abendmahl. Muss man eingeben bei YouTube Eucharistie-Wunder. Ist eine Doku. Ist wohl passiert. Da hat wohl irgendein Pastor oder wie auch immer. Hat wohl das in Frage gestellt, dass sich halt eben der Heilige Geist in dem Moment niedersetzt, wenn man halt eben die Hostie da hat, wenn man das Abendmahl halt eben durchführt. Und das ist wohl ein paar Mal passiert, dass sich das Brot irgendwie rötlich geworden ist. Also etwas rötlicher. Und dann wurde festgestellt, das ist wohl Herzmuskel. Und das Wasser hat sich verwandelt in Blut. Und da haben die es auch wissenschaftlich untersucht. Und dann kannst du das in einer Gemeinde, irgendwo in Süditalien, kannst du dir dieses anschauen. Nein, lass es sein, diese komischen Wunder und Zeichen und sowas. Nein, meine Frage war nur so. Ich kenne davon nichts. Und ich möchte auch diese Zeichen und Wunder und ha ha juhu und sowas. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen den Herrn Jesus Christus. Sein Blut ist heilsrelevant für uns. Und sein Blut wird uns auch bedecken am Tag. Ja, auf jeden Fall. Ich meine nur so, ja, muss er vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weißt du? Gar nichts. Lass das beiseite, dieses ganze Drumherum, diese Seen und, äh, hast du nicht gesehen, ne? Das ist... Also meinst du, das ist nicht irgendwie so, dass es irgendwie so... Nein, mein Lieber. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Lass dir das gesagt sein. Wir wandeln im Glauben, nicht im Staub. Ja, ja, okay. Okay, Sascha. Okay. Gottes Segen, mein Bestes. Gottes Segen, danke dir. So, ihr Lieben, ich mache jetzt mal langsam Schluss. Ich bin todesmüde, ich bin langsam fix und fertig. Ich muss mir was zu essen machen und... Gehe dann ein bisschen Bibel lesen jetzt gleich noch. Und dann langsam aber sicher in Richtung La La Land. La La Land. Ich wünsche euch so den Segen des Herrn Jesus Christus, auf dass ihr wirklich auf dem Weg zum ewigen Leben seid. Ich wünsche mir das so sehr für jeden Einzelnen, egal ob Muslim hier drin ist oder ihr, meine lieben Geschwister, dass ihr alle gerettet seid in Jesus Christus. Denn es gibt keinen anderen Weg außer den Weg des Herrn. Und ja, diejenigen, die in Christus sind, haben natürlich die beste Entscheidung ihres Lebens getroffen. Und diejenigen, die noch nicht in Christus sind, ja, wünsche ich mir von Herzen, dass ihr auch eine Entscheidung für Jesus Christus trifft. Und ich wünsche euch alles Gute. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen eure Familien und vermeidet es, an irgendwelche Plätze zu gehen, wo es voll ist und so, ne, ihr Lieben. Ich meine, der Herr Jesus Christus hat ja sowieso alles im Griff, aber, ne, in nächster Zeit vermeidet das. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke, ihr Lieben. Dankeschön für alles. Möge der Herr euch segnen, behüten und beschützen und sein Angesicht über euch leuchten lassen, ja. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.